Herzlich willkommen zur Fachbereichsinformation zum Bachelor Informatik von diesem Wintersemester. Ich bin David, ich studiere jetzt im ersten Semester Master Informatik und ich erkläre euch heute, wie euer Studium funktioniert. Das ist im Grunde die Grundidee von diesem Vortrag und der Zweck davon. Ja, genauer, wir reden darüber im Grunde, wie ihr durchs erste Semester kommt, wo ihr hinlaufen müsst, wie diese ganze Selbstverwaltung an der Universität funktioniert. Wir reden ein bisschen darüber, wie danach euer Studium aufgebaut ist und dann reden wir noch darüber, was ihr macht, wenn ihr Probleme in eurem Studium bekommt. Dieser Vortrag erzählt nichts, was nicht an irgendeiner anderen Stelle steht. Und zwar im Grunde, so die Quelle dieser Wahrheiten, die ich euch erzähle, sind vor allem die Prüfungsordnung und das sogenannte Modulhandbuch. Das sind so die beiden offiziellen Dokumente, die definieren, was an eurem Studium speziell ist und ansonsten an manchen Sachen, weil man dann doch mit einer Verwaltung zu tun hat, die Dinge fragt und die dann mal so oder mal so reagiert, so ein bisschen rüber gestreut. Immer so unsere eigenen Erfahrungen, was halt funktioniert und was nicht funktioniert. Das hier ist keine Unterrichtsstunde. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie hingehen und anfangen, von jeder einzelnen Folie einen kompletten Abschrieb zu machen oder irgendwie ein Foto zu machen. Das Ganze wird aufgezeichnet. Die Folien kommen auch als PDF nochmal online. Und für mich ist es eigentlich eher wichtig, dass ihr in Ruhe zuhört, darüber nachdenkt, damit ihr eher wisst, so ein bisschen was kommt woher und das im Zweifel dann halt nachgucken könnt. Aber das bringt, das ist halt nicht, wenn ihr es jetzt stumpf abschreibt. Genau, die ganze Information so zusammengefasst, auch in der erste Info, die ihr bekommen habt. Und was vielleicht manchmal passiert, wenn ihr andere Studierende um euch herumfragt bei Fragen, es kann halt sein, dass sie noch nach einer anderen Prüfungsordnung studieren. In dem Fall müsst ihr halt immer so ein bisschen aufpassen, was ihr in Informationen bekommt von älteren Studis. Dann, auf einigen dieser Folien steht das Wort Serviervorschlag. Das passiert immer dann, wenn ich euch Dinge erzähle, die jetzt so nicht gesetzt sind und es theoretisch mehrere Möglichkeiten gibt, wie man mit was umgehen kann. Aber das sozusagen, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, das ist eine Art und Weise, die funktioniert für viele, mit der macht man nichts falsch. Okay. Darüber reden, auch während des Vortrags, das ist ein bisschen interaktiver und es sorgt dafür, dass ich euch halt nicht wegrenne. Okay. Das Ziel ist, dass ihr am Ende diesen Abschluss Bachelor bekommt. So. Wie funktioniert ein Bachelor? Bachelor ist ein Studiengang und im Grunde besteht er aus ganz vielen Bausteinen. So, diese Bausteine, die nennen wir Module. Und ihr kriegt immer so einen Baustein, so ein Modul, wenn ihr einen Leistungsnachweis erbringt über dieses Modul. So, und wenn ihr genug dieser Module zusammen kombiniert habt, bekommt ihr am Ende den Bachelor ausgestellt. Diese Module sind unterschiedlich groß, die sind nicht alle gleich gewichtet und die haben ein, also es gibt ein System, das heißt Leistungspunkte. Jeder Leistungspunkt entspricht einer relativ arbitrieren Art von so viele Stunden musst du dafür deine Lebenszeit investieren, Arbeitszeit. Es gibt die Regel, dass ein Bachelorstudiengang 180 Leistungspunkte schwer ist, also es ist halt über den Arbeitsaufwand definiert. Das Ganze verteilt man über sechs Semester Regelstudienzeit, was dann mehr oder weniger ergibt, dass man ca. 30 Leistungspunkte an Aufwand pro Semester investieren soll. Die Regelstudienzeit, das ist vielleicht auch so der erste Hinweis, das ist nicht die durchschnittliche Studiendauer. So, und das ist auch nicht eure Höchststudiendauer. Also ihr dürft länger studieren als die sechs Semester. Diese Regelstudienzeit ist vor allem ein Maß, was von anderen Entitäten genutzt wird. Also zum Beispiel die Förderdauer von BAföG, die orientiert sich an dieser Regelstudiendauer. Ja, und im Grunde aus diesen Leistungspunkten folgt halt, wenn ihr an euren Modulen seht, dass die unterschiedliche Leistungspunkte haben und das eine Modul hat halt mehr Leistungspunkte als das andere, müsst ihr halt damit rechnen, dass dort mehr Aufwand vonnöten ist. Das kann bedeuten, weil man sagt, es gibt mehr Vorlesungstermine in der Woche. Es kann auch sein, dass es mehr Stoff ist und ihr mehr mitarbeiten müsst. Noten sind nicht wie in der Schule beliebig vergebbar. Es gibt diese festen Notenstufen immer in Drittelnoten, 1.0, 1.3, 1.7. Das geht weiter bis zur 4.0. Bis dann hat man ein Modul bestanden. Und dann gibt es die 5.0, wenn man durch einen Versuch durchgerasselt ist. Ein 0815-Modul, wie funktioniert das? So, das eine ist, also das Grundelement ist, ihr habt irgendwie eine Vorlesung. Das ist halt das, was ich hier mache. Also ich stehe hier vorne, ich habe irgendwie eine Liste von Sachen, über die ich reden möchte. Ich ratter das runter, verabschiede mich und erwarte dann, dass ihr das alles aufgesogen habt. Und das war es eigentlich. Also im Gegensatz zu einer Schulung, ich fange jetzt nicht an, jede Woche irgendwie die Hälfte von dem Zeug zu wiederholen. Sondern man erwartet halt, dass Studierende das dann halt selbstständig mehr oder weniger nacharbeiten. Trotzdem, auch hier, Fragen sind durchaus erwünscht. Einfach um so ein bisschen das Pacing und besser hinzukriegen. Ja, ich meine, die andere Möglichkeit ist, man guckt halt, versucht Leuten ins Gesicht zu gucken, ob die halt gerade einem wegschlafen. Das funktioniert dann so mehr oder weniger gut. Dazu begleitet, gerade in den ersten Semestern gibt es Übungsblätter. Übungsblätter, das kann man sich vorstellen, sind im Grunde Hausaufgaben zum Vorlesungsstoff. Dann gibt es noch eine Übung. Das ist ähnlich wie eine Vorlesung. Da kommt dann meistens nicht der Professor, sondern Mitarbeiter von dem. Und was man dort macht, ist etwas unterschiedlich von Modul zu Modul. In manchen Übungen wiederholt man eher den Stoff, dann doch nochmal. Oder man hat diese Übungsblätter und der Übungsleiter oder die Übungsleiterin, die stellen die Aufgaben vor. Oder wenn ihnen aufgefallen ist, dass es Aufgaben gibt, wo Studierende besonders viele Probleme haben, dann geht man diese Aufgaben nochmal im Detail durch. Je nachdem, wo man halt das Gefühl hat, wo eine Schwäche existiert. Dann gibt es das Tutorium. Das Tutorium ist der Versuch, irgendwie dann doch noch so ein bisschen die persönliche Lernbetreuung wieder reinzukriegen ins System. Und ich meine, ihr könnt euch umgucken in diesem Hörsaal. Ihr seid halt viel zu viele Menschen, als dass man das mit dem Mitarbeiter hinkriegt. Was man deswegen macht, ist, man baut kleine Gruppen mit einem sogenannten Tutor oder einer Tutorin. Diese Person ist auch einfach nur ein Studi. Studi halt in einem höheren Semester, hat das Modul in der Regel bestanden und hoffentlich auch mit einer etwas besseren Note. Und wenn man ganz viel Glück hat, hat diese Person sogar noch ein bisschen das Talent, einem diese Sachen auch zu erklären. Und das ist letztlich auch die Person, die für euch die Übungsblätter korrigiert. Also wenn ihr so eine Hausaufgabe habt, so ein Übungsblatt, ihr gebt das ab und eine andere Studie korrigiert das und bewertet das. Und ihr geht dann in dieses Tutorium und kriegt dann dort eure Übungsblätter zurück oder halt digital, je nachdem. Und wenn ihr dann Fragen habt zu euren Antworten und die habt ihr gerade am Anfang, in der Regel macht ihr halt viel falsch. Das ist halt so. Und manchmal könnt ihr das aus der Korrektur entnehmen, was ihr hättet anders machen sollen. Aber ansonsten ist das so die Gelegenheit, wo ihr in der Lage seid, mit jemandem darüber zu reden und euch Dinge nochmal gerade anhand von dem, was ihr vorher gebaut habt, erklären zu lassen. Wesentlich Unterscheidungspunkt im Gegensatz zur Schule, es interessiert eigentlich niemanden, ob ihr anwesend seid. Weil, nee. Es gibt später, in den späteren Semestern gibt es dann so kleinere Module, die jetzt nicht diese klassischen Vorlesungen sind, sondern, keine Ahnung, Praktika, Seminare. Da muss man dann erscheinen. Aber ansonsten ist das halt eure eigene Verantwortung, dass ihr da seid, um den Stoff aufzunehmen. Und das ist, das kann positiv sein, das kann negativ sein. Also ich meine, manche Vorlesungen werden auch auf Video aufgezeichnet. Und manchen hilft das halt, wenn sie sich in eine Vorlesung setzen und halt sich mehr oder weniger zwingen, das anzugucken, als wenn man sich jetzt die Vorlesungsaufzeichnung irgendwie nebenbei anmacht. Und manchen hilft es halt andersrum. Aber meistens habt ihr halt so ein bisschen die Flexibilität dazu, dass ihr das machen könnt, wie ihr wollt. Also es ist längst nicht überall, wird aufgezeichnet. Aber wenn gerade in den ersten Semestern eigentlich. Soweit alles verständlich einigermaßen? Ja? Ah, okay. Ja, das Notensystem. Also erstens, duz mich bitte. Also ich bin auch nur Studi. Ich kriege kein Geld hier und nix. Ja, nein. Also 4-0 ist die letzte bestandene Note. Es gibt keine Zwischennoten zwischen der 4-0 und der 5-0. Das ist einfach die letzte Stufe. Okay. Ähm, ja genau. Dann. Wie sieht so ein Jahr aus? Ihr habt dreieinhalb Monate sogenannte Vorlesungszeit. Das ist also das, wo das Programm abläuft, was ich euch gerade erzählt habe. In der ersten Woche ist das noch ein bisschen besonders. Da macht man so das ganze administrative Kram. Man teilt euch eben in diese Tutorien ein. Ähm, und ansonsten kriegt ihr dann jede Woche oder alle zwei Wochen so ein Übungsblatt. Ihr läuft in die Vorlesungstermine rein, ihr läuft in die Übungstermine rein, ihr arbeitet an den Übungsblättern, ihr reicht die Übungsblätter rein. Ihr kriegt die Bewerter zurück in dem Tutorium, was ihr besucht. Ähm, macht das für alle Module, die ihr habt. Macht das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bis ihr kurz vor Weihnachten steht. Dann gibt es genau zwei Wochen, in denen euch das Kiteen mal in Ruhe lässt. Manche Dozenten sind so nett und geben euch dann ein besonderes Übungsblatt, was ein bisschen umfangreicher ist für die Winterzeit. Soll eigentlich nicht passieren, aber naja. Ähm, genau, dann geht es in neuem Jahr ein bisschen weiter. Und dann habt ihr Klausurenphase. Und das ist so ein bisschen das, was vielleicht der erste Schock ist, gerade für die ersten beiden Semester. Ihr habt halt nicht wirklich Ferien in dem Sinne. Also, die Vorlesungszeit ist zwar dann beendet, aber ihr habt dann, irgendwo sind eure Klausuren und die sind in dieser Klausurenphase. Und im höheren Semester kann man sich dann so ein bisschen die Module wählen, dass das, dass man vielleicht auch mal am Ende ein bisschen Lücken hat. Aber man hat halt eben im ersten Semester diese Pflichtmodule. Die haben die Angewohnheit, dass dann irgendwie in der Mitte dieser Klausurenphase so die erste Klausur ist und dann die letzte Klausur wird gerne mal so in die vorletzte oder letzte Woche dieser Klausurenphase gesetzt, sodass ihr da nicht so viel Zeit habt, weil dann ist halt Ende März und dann geht halt das zweite Semester weiter. Ich habe jetzt schon von Klausuren gesprochen, war ich etwas voreilig. Module haben Erfolgskontrollen. Eure Prüfungsordnung, eins von diesen beiden formalen Dokumenten, was den Studiengang beschreibt, die hat da den, also genau wörtlich, die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen, Modulprüfungen bestehen aus einer oder mehreren Erfolgskontrollen. Alles ist halt modular zusammengebaut. Der Bachelor besteht aus Modulen und das Modul selber ist dann wieder aus verschiedenen Elementen und eure Prüfungsordnung kennt drei verschiedene von diesen Erfolgskontrollen. Das eine ist so ganz klassisch, was man sich vorstellt. Das ist die schriftliche Klausur. Das heißt, man kommt, kriegt einen Termin, man setzt sich in einen Hörsaal, kriegt Stift und Papier und schreibt halt einmal Frage, Antwort, alles drunter. Dann, es gibt die mündliche Prüfung, die ist für euch im ersten Semester nicht relevant. Die kommt dann später. Das ist ein Mittel, was man eigentlich lieber hat als eine schriftliche Klausur, weil das halt ein Prüfungsgespräch ist. Dann sieht man halt einfach so ein bisschen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Man kann sich Sachen erklären lassen. Das wählt eigentlich sowohl aus Professorensicht, also aus Prüfensicht, als auch aus Studisicht ist sowas im Allgemeinen eigentlich angenehmer. Dritte Kategorie ist so, ja, sonstige ist Prüfungsleistung anderer Art. Das kann sein, dass man eine Ausarbeitung macht als Prüfung oder dass man einen Vortrag hält oder eben eine Praxisaufgabe bearbeitet. Eine solche Prüfungsform habt ihr auch schon im ersten Semester. Kommen wir aber gleich zu. So, das ist das Allgemeine zum Studium. Jawohl. Die Frage ist, ob man, also ich wiederhole Fragen immer, damit das andere hören und auch eine Aufzeichnung drin ist, also nicht wundern. Die Frage ist, wie das mit Übungsblättern ist, ob man darauf auch Punkte bekommt oder dass man auf Klausuren ist. Und das kommt drauf an. Man kann das, okay, nein, sorry. Im ersten Semester auf euren Übungsblättern, die sind bepunktet, ja. Ihr könnt, also das war das, was ich beschrieben hatte, ihr bekommt Übungsblätter, eure Hausaufgaben, Mathematikaufgaben, Informatikaufgaben, ihr bearbeitet die, reicht die in eurem Tutorium ein, die werden korrigiert und diese kriegen dann auch Punkte. Und was man normalerweise macht über das komplette Semester ist, ihr sammelt immer mehr Punkte auf diesen Übungsblättern, getrennt nach dem jeweiligen Modul. Und normalerweise definiert man dann eine Schranke an Punkten, die ihr erreichen müsst und dann bekommt ihr einen sogenannten Übungsschein. Und dieser Übungsschein hat im Allgemeinen die Aufgabe, sicherzustellen, dass ihr erst in der Lage seid, euch für eine Klausur anzumelden, wenn ihr auch vorher ausreichend am Stoff mitgearbeitet habt. Einfach, dass man vermeidet, also man möchte auf der einen Seite natürlich vermeiden, okay, jemand meldet sich für die Klausur an, der noch gar nicht dazu in der Lage ist, aber vor allem dient es als Anreizkriterium unter dem Semester mitzuarbeiten. Also es passiert sonst einfach zu leicht, dass man sich sagt, okay, ich lasse mich halt in der Vorlesung berieseln, ich höre dem halt allem zu, aber ich arbeite nicht in den Stoff ausreichend auf, als dass ich in der Lage bin, dann in dieser Klausurfreien, in der Vorlesungsfreien Zeit, so zwei Wochen vor der Klausur, ich versuche jetzt alles in mich reinzuprobieren, das funktioniert halt nicht. Und deswegen ist man in den ersten beiden Semestern, versucht man halt so ein bisschen formaler die Leute da an die Hand zu nehmen, indem man diese Schranken auf diesen Übungsblättern definiert, die man erreichen muss. So, das ist ein Studium im Allgemeinen, womit wir beim ersten Semester sind. Ihr habt im ersten Semester vier Module. Zwei Informatikmodule, zwei Mathematikmodule. Das eine ist so dieses ganz klassische Programmieren. Da geht es wirklich nur stumpf darum, dass ihr lernt, Java zu schreiben. Stimmt nicht ganz, das ist so ein bisschen das Problem. Niemand erwartet von euch, dass ihr in der Lage seid, im Moment zu programmieren. Aber natürlich können einige von euch schon mal programmieren, ob sie ein Info-LK hatten oder aus der Freizeit oder weiß der Geier was. Und das sagt natürlich dafür, dass man sich am Anfang in dieses Modul reinsetzt und sich denkt, ist ja alles doof, kenne ich schon. Und die Matheübungsblätter sind so schwierig, also gehe ich jetzt und bleibe ich weg. Nur das Problem ist, diese Aufgabe dieses Moduls ist es nicht einfach nur, ja, ich weiß, was eine Forschweife ist und ich weiß, was eine Klasse ist, sondern es gibt auch Vorstellungen darüber, wie ihr euer Programm schreiben sollt, ihr es gestalten und strukturieren sollt und das kommt dann halt irgendwann später in diesem Modul. Und wenn man dann natürlich nicht mehr hingeht, dann kriegt man halt am Ende bei der Abschlussprüfung finden einem da die Punkte und man rasselt auch gerne mal damit durch. Also das ist dieses klassische Programmieren-Modul. Auf der anderen Seite, es gibt ein Modul, das heißt Grundbegriffe der Informatik. Das ist etwas, das heißt, das ist, was das nennt ihr, theoretische Informatik, also das ist halt, ich weiß nicht, wie viel das bekannt ist oder wie viel meine Erfahrung damit hatte, aber wir sind an der Universität, also wir sind keine angewandte Hochschule. Es gibt, also es machen natürlich viele Leute Anwendungen, aber das ist halt eben nur ein Teil. Es gibt diesen Teil der Informatik, der sich mit Fragen beschäftigt, wie, was bedeutet es überhaupt, ob das ein Problem von einem Computer lösbar ist. Komplett entkoppelt von der Frage, was habe ich da eigentlich für eine Maschine oder für eine Umgebung von mir stehen. Und dieses Modul ist eben der Einstieg in genau solche Fragestellungen. Ja, und auf der anderen Seite, Mathematik, es ist halt Mathematik, es ist nicht Schulmathematik, es ist Universitätsmathematik, was das bedeutet, das werdet ihr dann eigentlich mehr oder weniger in den nächsten Wochen merken. viel Spaß. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Okay, also, geht das jetzt noch einmal durch, wie das formal aufgebaut ist. Ihr habt Grundbegriffe der Informatik, Sat. 6LP, Leistungspunkte, die Universität liebt Abkürzungen. Ihr werdet in den nächsten Wochen so viele Abkürzungen lernen. Ich habe versucht, die meisten herauszunehmen, an einer oder anderen Stelle haben die sich dann leider doch noch reingeschlichen aus Gewohnheit, aber naja. Im Semester, ihr habt eine Vorlesung aus zwei Doppelstunden in der Woche, ihr habt eine Übung und ihr habt ein Tutorium. Im Tutorium, ihr macht Übungsblätter, Hausaufgaben. Mit diesen Übungsblättern kriegt ihr einen Übungsschein irgendwann. Lustigerweise, dieser Übungsschein ist so modelliert, dass es keine Voraussetzung ist, für die Klausur sich anzumelden. Aber das Modul an sich ist erst bestanden, wenn ihr sowohl die Klausur als auch den Übungsschein habt. Warum ist das so? Das ist doch irgendwie dumm. Das Problem ist folgendes, ihr könntet ja durch die Klausur rasseln und müsst die im nächsten Semester erneut probieren. Die Tutorien, die ihr braucht, um den Übungsschein zu bekommen, die finden immer nur im Wintersemester statt. Das heißt, wenn ihr jetzt den Übungsschein, warum auch immer, in diesem Semester nicht macht und ihr wollt im nächsten Semester das Modul schreiben, dann könntet ihr das nicht, wenn das Voraussetzung ist. Deswegen hat man das so strukturiert, man erhofft sich halt davon immer noch, dass ihr den Anreiz habt, mitzuarbeiten an den Übungsblättern, weil früher oder später müsst ihr das tun, damit ihr dieses Modul besteht. Ähm, ja. Genau. Okay. Ja. 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 Ähm, Bachelor-Master-System ist ein europäisches System. ETCS ist das englische Wort für, äh, nein, ECTS, European Credit Transfer System. Glaub ich, ja. Und das ist einfach nur das englische Wort für Leistungspunkte. Also Credit Points und Leistungspunkte ist das Gleiche und das EC steht halt für das Europäische. Ähm, es gibt ja immer zwei Buchstaben, die man leicht durchbringen kann und je nachdem, was man hat, hat man entweder die Leistungspunkte oder hat ein europäisches Zugbeeinflussungssystem. Das ist, ja, ja. Dann Programmieren. Fünf Leistungspunkte, man nimmt also an, das ist ein bisschen einfacher als Grundbegriff für die Informatik. Im Semester, ihr habt eine Vorlesung und eine Übung, da sagt man, die ist kombiniert, was übersetzt heißt für, ähm, die Modulverantwortlichen machen, worauf sie halt gerade Lust haben. Ähm, das heißt, man ist so ein bisschen freier und wechselt zwischen Vortrag und, äh, nochmal auf Themen und Probleme, die man gesehen hat, äh, einzugehen und ihr habt ein begleitendes Tutorium. Ich empfehle euch sehr stark, in dieses Tutorium zu gehen, wenn ihr einen guten Tutor habt. Ähm, es gibt einfach, das ist das, was ich am Anfang meinte mit, ihr habt nicht nur dieses reine, wie funktioniert eine Vorschleife, sondern auch dieses, äh, wie soll ich etwas bauen? Und dieses, wie soll ich etwas bauen, ist zu einem gewissen Grad etwas Subjektives. So, das heißt, ihr müsst irgendwie lernen, ähm, was erwartet dieses Modul von mir, was ich da hinschreibe. und, ähm, die Tutorien sind oft in der Lage, das euch relativ gut zu vermitteln, worauf ihr achten müsst, dass ihr die Sachen so abgibt, wie die Modulverantwortlichen das wollen. Ähm, deswegen geht in diese Tutorien, das hilft. So, das Lustige am Programmieren ist, ihr habt nicht dieses klassische, ich, äh, schreibe auf dem, auf dem Blatt Papier irgendwie Dinge und, und reicht das als Übungsblatt ein oder ich schreibe auf dem Papier Dinge und das ist meine Klausur, sondern ihr habt so eine Leistungsüberprüfung anderer Art. Bedeutet, ihr kriegt eure Übungsblätter als Programmieraufgaben im Grunde. Das heißt, es gibt, äh, ja, es gibt Aufgaben, die sollt ihr lösen, indem ihr ein Stück Java-Code schreibt. Äh, ihr gebt das in einem Online-System ab. Das gibt euch auch sofort Feedback zu einem gewissen Grad. Also, so im Sinne von, ob das überhaupt funktioniert und sich verhält, wie es soll. Ähm, das ist dann noch nicht die Benotung, die kriegt man dann danach. Ähm, immer, immer, wenn die Bearbeitungszeit abgelaufen ist. Äh, das ist halt dieser Übungsschein und auch die Klausur sind, dass ihr Abschlussaufgaben bekommt. Ja, also ihr kriegt, ihr schreibt nicht eine schriftliche Klausur, sondern ihr kriegt zwei große Programmieraufgaben, jeweils mit einem Abstand zwischeneinander. Die liegen dann auch in der vorlesungsfreien Zeit, also während ihr auch eure anderen Klausuren habt. Äh, und das ist dann das, was benotet wird und am Ende eure Modulnote wird. Es gibt so ein bisschen die Sorge, dass man bei diesen Übungsblättern vorher relativ leicht betrügen kann, dadurch, dass, oder es halt jemand anderes zu eins schreibt, dadurch, dass man, äh, das, eben diese digitalen Abschlussarbeiten sind. Ähm, deswegen hat man dann doch, an einer Stelle greift man aufs Papier zurück, das ist die sogenannte Präsenzübung. Diese Präsenzübung ist, die ist am, relativ weit am Ende der Vorlesungszeit, äh, kommt man hin, kriegt ein paar leichte Programmieraufgaben, die man auf Papier lösen muss und der Sinn dieser Überprüfung ist eigentlich nur zu gucken, ob ihr auch ansatzweise die Übungen, die ihr vorher, also die Übungsblätter, die ihr vorher abgegeben habt, dass, die selbstständig erstellt worden sind. Und wenn ihr das getan habt, ist das auch vom Schwierigkeitsgrad absolut lachhaft. Also das kriegt jeder hin, der vorher ernsthaft sich selbst an diesen Aufgabenblättern versucht hat. Ja. Wie bitte? Rechtschreibfehler. Naja, wenn es nicht kompiliert ist, schlecht. Wenn du es in den Kommentaren drin hast, äh, ich, ich glaube nicht. Ach, auf Papier. Ähm, ja, lustig. Ähm, ich würde dir sehr empfehlen, das zu vermeiden. Wenn es, äh, andere Gründe gibt für diese Rechtschreibfehler. Also es, es kann ja durchaus sein, ähm, dass man irgendwie, also, wenn man ein starkes ADS hat oder so und sich das auf Schriftbild auswirkt, das gibt es, äh, das sind Sachen, ähm, wenn ihr so etwas habt, also es irgendwie einen medizinischen Grund gibt, der halt eben dafür sorgt, dass man, äh, nicht so eine gute Handschrift hat oder dass man irgendwie, äh, Dyslexie hat, ähm, kümmert euch darum, dass das vorher abgeklärt wird, dann kann man den sogenannten Nachteilsausgleich definieren, dann findet man alternative Aufgaben oder alternative Prüfungsmethoden für diese Fälle, damit nicht, äh, diese medizinische Eigenschaft, die ja eigentlich nichts mit dem Fach zu tun hat, irgendwie dafür sorgt, dass diese Bewertung in dem Fach schlechter ist. Also das kann man umgehen. Ja. Nochmal bitte? Das kommt aufs Modul an, im Programmieren nicht. Also normalerweise möchte man keine Gruppenabgabe in Übungsblättern haben, einfach um möglichst dieses, dieses, äh, Individuelle zu haben. Ähm, am Ende hat man allerdings nicht genug Tutoren für die Korrektur aller Übungsblätter von allen Leuten und wenn das der Fall ist, dann greift man normalerweise darauf zurück, dass man sagt, okay, wir möchten und auch viel verlangen, dass Leute irgendwie in Zweier- oder Dreiergruppen ihre Übungsblätter bearbeiten. Ja? Eigentlich auf die Klausur, auf den, äh, nochmal bitte? Ja, genau. Wenn du dich selber, wenn du selber die Abgaben gemacht hast und es nicht jemand anderes für dich machen hast lassen, dann ist es einfach. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich, ich versuche ein andere, ein mehr seltserklärendes Wort dahin zu packen. Da oben war noch eine Meldung, ja. Ähm, ich komme später nochmal auf die Frage zurück. Okay. Abschlussaufgabe statt Klausur, zwei Stück hintereinander während der vorlesungsfreien Zeit, parallel zu den Klausuren, ähm, und Grundregel im Grunde in diesem kompletten Modul, guckt euch nicht, fänd einen Code an, bevor ihr selber schon etwas geschrieben habt. Es ist vollkommen okay, also es gibt eine automatisierte Plagiatsprüfung und die guckt im Grunde, ob strukturehnlich ist. Und was das heißt ist, selbst wenn ihr absolut keine Ahnung habt, es ist vollkommen okay, äh, Freunde zu fragen, okay, wie funktioniert das? Ich komme da nicht weiter, ist in Ordnung. Aber, schaut, dass ihr erstmal selber und, und wenn es überhaupt nicht funktioniert, irgendwas runterschreibt und dann versucht, aufhand dieser Basis weiterzuarbeiten. Weil sonst schlägt halt diese Plagiatsprüfung an, und dann kriegt eine nette Mail von der Übungsleitung und manchmal kann man das entkräften, manchmal nicht, aber so oder so ist das ein Stress, den ihr echt nicht während der Klausurenphase haben wollt und das lässt sich relativ leicht umgehen, ohne eigentlich Nachteil für euch. So, lineare Eigelbar 1, das erste Mathe-Modul, neun Leistungspunkte, ist ein komplett klassisches Modul, ihr habt zwei Vorlesungen in der Woche, ihr habt eine Übung, ihr habt ein Tutorium, ihr habt Übungsblätter, diese Übungsblätter sind Voraussetzung für den Übungsschein, ah, das ist falsch, was ich da schreiben wollte, ist, dass der Übungsschein Voraussetzung für die Klausur ist, so rum, ist eine ganz normale schriftliche Klausur, auch da ist wieder diese Problematik, das was in Grundbegriffe der Informatik gelöst wurde, weil da das Tutorium nicht da ist, wenn ihr es nicht schafft, den Übungsschein zum Beispiel zu bekommen, ihr könnt im nächsten Semester dann an den Tutorium vom darauffolgenden LA2 teilnehmen und wenn ihr davon den Übungsschein habt, könnt ihr diesen auch nutzen, um diese andere Klausur zu schreiben. Und das ist halt einfach so ein bisschen Flexibilität, damit das nicht alles, das eine, das andere nicht blockiert. Das zweite Mathematikmodul, höhere Mathematik oder die Mathematiker nennen es Analysis, ist 15 Leistungspunkte groß, wenn man guckt, neun Leistungspunkte, 15 Leistungspunkte. Ist das so viel schwerer, ist das so viel auswendiger? Nein, ist es nicht. Warum? Weil ihr habt es, keine HM1-Klausur. Ja, es gibt eine höhere Mathematikmodulprüfung, aber es gibt nur, und es gibt ein HM1 an Vorlesungen in diesem Semester und es gibt im nächsten Semester dann die HM2 und ihr schreibt dann am Ende vom nächsten Semester eine Klausur, die den Vorlesungsstoff aus beiden Semestern beinhaltet. Das bedeutet, ihr habt eine Klausur weniger dieses Semester, aber ihr müsst trotzdem von diesem Semester irgendwie diesen ganzen Stoff in euch reinarbeiten, auch wenn es euch nichts bringt und ihr euch eigentlich auch für die anderen Klausuren lernen müsst, dann daran ansetzen im zweiten Semester immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis ihr dann halt das einmal nach einem Jahr in einer Klausur alles runterhören könnt. nicht nur Informatiker hören Mathematik, auch Mathematiker hören Mathematik. Ich sage es, Überraschung. Jeden lineare Algebra 1 ist von den inhaltlichen Anforderungen deckeungsgleich mit eurem LR1. Man versucht, das didaktisch ein bisschen auszunäuzen, indem man Dinge vielleicht etwas anders motiviert, sich einen Beweis genau anguckt, jada, jada, aber vom Arbeitsaufwand soll es gleich sein. Je nach Jahr ist das auch mal, manchmal ist es auch dieselbe Klausur, manchmal ist es nur unterschiedlich, aber ihr seid sozusagen in der Lage, auch das Mathematiker Mathe zu hören und bei euch anzurechnen zu lassen. In der LR2 fürs nächste Semester ist das ebenso. Ihr könnt euch auch noch nach einem Semester im Grunde umentscheiden, wenn ihr das wollt. Bei der Analysis statt höhere Mathematik ist das etwas anders. Dort hat man zwei getrennte Klausuren. Die schreiben nicht eine große Klausur, die schreiben zwei getrennte Klausuren. Also vielleicht ist das etwas, was ihr machen möchtet. Dann habt ihr eine Klausur mehr im ersten Semester, aber ihr habt dann nicht diese große Klausur im zweiten Semester. Ich vermute mal, dass das, ich komme gleich zu dir, ich vermute mal, dass das etwas ist, das ist jetzt irgendwie sehr überraschend und bei manchen sagt das irgendwie dieses, oh, muss ich das jetzt machen? Keine Ahnung. Im Grunde, nein, müsst ihr nicht machen. Die Idee für die Leute, für die das eigentlich, also ihr könnt eigentlich alles in der Informatik machen, auch wenn ihr das Informatiker Mathematik hört und später zum Beispiel erst ein bisschen mehr Mathe macht, aber das ist eigentlich nur für die Leute relevant oder für die besonders relevant, die vielleicht damit gehadert haben, ob sie Informatik oder Mathematik studieren, die haben darüber so ein bisschen die Möglichkeit und sich dann halt für die Informatik entschieden haben, so ein bisschen die Möglichkeit, das dann doch so ein bisschen zusammenzuschmelzen und so einen leichten Mathe-Drill reinzubringen. In der Konsequenz bei Lineare Algebra 1 ist das nicht weiter schlimm. Lineare Algebra 2 hat dann eine höhere Arbeitsbelastung und in Analysis hat man auch drei Leistungspunkte mehr. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, okay, der Bachelor ist 180 Leistungspunkte groß und das ist eine höhere Arbeitsbelastung, aber der komplette Bachelor ist darüber definiert, dass der immer die gleiche Arbeitsbelastung hat. Die Lösung davon ist, wenn ihr dort mehr Mathe-Arbeitsaufwand habt, müsst ihr weniger andere Module in einem anderen Bereich arbeiten, sodass am Ende in Summe wieder diese 180 Leistungspunkte sind. Aber bleibt ruhig, wenn ihr euch fragt, lasst es im Zweifel, euch bleiben alle Möglichkeiten offen, wenn ihr das Informatiker-Matte macht. Das hat allerdings eine Konsequenz auf eure Studienplanung. Also ihr seht gleich, warum ich euch das einmal vortragen musste. So, da vorne war eine Frage. Frage war, ob HM1 und HM2 zusammen die 15 Leistungspunkte sind und ja, das ist richtig. Das Modul heißt höhere Mathematik, ist 15 Leistungspunkte groß und besteht aus zwei Vorlesungen in zwei Semestern. Okay. Ach, ja. Die Frage ist, ob der Übungsschein abhängig ist von der Anzahl abgegebener Blätter. Nein. Es geht darum, in der Regel eine Gesamtpunktzahl zu erreichen. Mit jedem Übungsblatt habt ihr halt die Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Und das kann also auch bedeuten, dass ihr in der Lage seid, den Übungsschein zu erreichen, diese Punktegrenze, ohne dass ihr alle Übungsblätter abgegeben habt. Okay, ich übersehe gerade niemanden, ne? Ja, gut. Passt. Okay. Wir haben jetzt sehr ausführlich darüber geredet, was ihr alles im ersten Semester hören sollt, diese vier Module. Programmieren, Grundbegriffe der Informatik, Linearer Algebra 1 und höhere Mathematik. Frage ist, wie funktioniert das? Also irgendwie müsst ihr ja wissen, wo muss ich hinlaufen? Und ihr müsst wissen, wie komme ich an meine Übungsblätter und wo gebe ich das ab? Und irgendwann müsst ihr euch auch für diesen Übungsschein und für diese Klausur anmelden. Ihr seid relativ viele Menschen. Das heißt, dieses ganze Administrative ist schwierig und um dieses Problem zu lösen, gibt es das sogenannte Campus-System. Das bedeutet, dass die Verwaltung selbstständig funktioniert. Das Campus-System erreicht ihr unter campus.studium.kid.edu So. Sieht man das? Jawohl. Das ist das Campus-System. Unter campus.studium.kid.edu erreichbar. Es gibt diesen Anmeldeknopf hier. meldet man sich an. Wir sind jetzt angemeldet und machen dort die Verwaltung von unserem Studium. Und so der erste Punkt, den man im Grunde sich gestalten muss, um sein Studium zu definieren, ist der sogenannte Studienablaufplan. Und den findet ihr nicht, wenn ihr auf Veranstaltungen geht, aber wenn ihr auf Prüfungen geht und auf die Prüfungsanmeldung. Moment. Dann gibt es diese Ansicht. Und wir sehen hier, okay, wir haben einen persönlichen Studienablaufplan, Informatik-Bachelor, nach unserer Prüfungsordnung 2022. Wir sehen hier unsere verschiedenen Bereiche und dann zum Beispiel in der theoretischen Informatik, zum Beispiel dieses Modul Grundbegriffe der Informatik, bestehend aus zwei Teilleistungen, unserer Klausur und unserem Übungsschein. Und wir finden hierüber, wenn wir dann uns zum Beispiel so ein Modul angucken, dann sehen wir, okay, es gibt Veranstaltungen. Und diese Veranstaltung findet statt mittwochs, wöchentlich, 9,45 Uhr im Audi Max. Und das ist im Grunde wie ihr euer Studium plant. Oder zumindest erkennt, wo ihr hingeht. also ihr müsst schaffen, euch sozusagen über diesen Baum Stück für Stück zu euren Modulen zu hangeln und findet dann darüber aus, wo die stattfinden. Ihr könnt dort zum Beispiel, wenn ihr euch da durchklickt und eine Vorlesung findet, dann gibt es diesen Punkt E-Learning Ilias-Kurs öffnen. Und das ist halt im Grunde, Moment, schauen wir mal, ob wir das mittlerweile freigeschaltet haben. Ja, man klickt sich dann einfach Stück für Stück durch und in dem Fall ja, okay, zurzeit ist keine Aufnahme möglich, das Ding ist halt noch nicht freigeschaltet. Aber das ist, ich weiß nicht, in der Schule E-Learning, wie viele von euch hatten irgendwie mal Moodle oder Ilias, sollte bekannt sein, war so ein paar, die Hälfte. Das ist im Grunde genau so ein System. Also einfach eine Möglichkeit, dass man dort die Übungsblätter, die Folien aus der Vorlesung, die lädt man dann halt digital hoch, aber auch Informationen wie, okay, ab jetzt können sie sich für die Klausur anmelden. Oder hier sind die Übungsblätter, die ihr bearbeiten müsst. Oder hier ist der Ort, wo ihr sie digital abgeben könnt. Und das müsst ihr euch halt raussuchen und dafür müsst ihr diese Ilias-Kurse finden. Und diese Ilias-Kurse findet ihr, indem ihr auf dieser Veranstaltungsseite im Campus System nach diesen grünen Knöpfen sucht. Dann der andere Punkt ist, ihr könnt hingehen und eine Veranstaltung als Favorit hinzufügen. Und jetzt meckert das so ein bisschen rum, okay, ja, hier ist irgendwie, die Veranstaltung wurde in ihren Favoriten übernommen, ja, okay, das wollten wir gerade, aber die Veranstaltung wurde nicht ihrem Stundenplan zugefügt. Und warum ist das so? Na ja, wenn wir jetzt gucken, es gibt hier dreimal Termine mit Mittwoch, wöchentlich, von 9 auf 45, die alle in drei unterschiedlichen Räumen sind. Warum ist das so? Ja, der Grund ist, es gibt halt zu viele Leute, als die, die hier in einen Hörsaal reinpassen. Es liegt daran, dass ihr nicht die einzigen seid, die Grundbegriffe der Informatik hören. Auch einige der Mathematiker hören dieses Modul. Und damit man genug Platz hat, gibt es eben zwei weitere Hörsäle und man überträgt dann den Audimax in diese beiden anderen Hörsäle. Ich weiß das, die Frage ist, woher wollt ihr das wissen? In dem Fall, ja, steht da halt nicht. Und das sind so diese Punkte, die, wenn ihr Glück habt, werden die in der Regel im IRIAS irgendwie kommuniziert. Und vieles ist halt so formal modelliert, es gibt dieses Campus-System, und das kennt Orte und Daten, aber nicht alles passt in dieses Schema rein. Und das ist dann irgendwie das, was man sich manuell raussuchen muss. In dem Fall aber sagen wir, okay, nee, wir wollen den Dozent live und in Farbe sehen und dann kann man sich hier diese Termine in diesen Kalender reinklicken und hat den übernommen und kann halt auch hier diesen Freitagstermin übernehmen und hat den auch hier in dieses Campus-System übernommen. So, Bologeros, was bedeutet das jetzt? Ich habe hier jetzt irgendwie so einen coolen Grünhafen, habe ich mich jetzt für irgendwas angemeldet? Nein. Das komplette Campus-System hat am Anfang des Semesters keine unmittelbare Bedeutung. Also, wenn ihr hier jetzt seid, niemand prüft eine Anwesenheitsliste. Das ist erstmal in dem Moment nur für euch, um so ein bisschen euch selbst zu organisieren. später für die Übungsscheine anmelden und die für Klausuranmeldung. In dem Moment wird es formal, in dem Fall kriegt es dann diese Bedeutung und dann müsst ihr daran denken, das dann auch zu tun. Wenn ihr euch in eine Prüfung anmeldet, dann guckt dieses Campus-System, dass es das zuordnen kann, zu welchem Teil von eurem Studium das gehört. Das klingt erstmal sehr, ja, keine Ahnung, formal oder unnötig. Das wird halt später relevant, wenn man Module in verschiedene Bereiche wählen kann. Und auch, und es gibt so manche Module wie Grundbegriffe der Informatik. Wenn ihr einen Informatik-Bachelor macht, ist klar, ihr müsst dieses Modul hören und bestehen. Und das ist dann entsprechend hier eingetragen. Aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel Mathe hört, ja, lineare Allgebra oder höhere Mathematik, ihr habt theoretisch die Wahl, stattdessen das Mathematiker Mathe zu hören. Und die Konsequenz davon ist, dass wenn ihr dann versucht, das auszuwählen, hier in der Mathematik, dann findet ihr dort Module wie Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie oder numerische Mathematik. Aber die besagten Prüfungen von eben, also das Informatiker Mathe, das fehlt hier im Moment noch, weil es da diese Auswahlmöglichkeit gibt. Und wenn ihr euch jetzt für diese Prüfung später versucht, im Semester anzumelden, dann sagt euch das Campus-System, ja, ich weiß gar nicht, wo das Teil von deinem Studium ist, du darfst dich nicht anmelden. Und dafür sind dann diese Wegweiserschilder hier, die sind immer dann in eurem Studienablaufplan hier hinterlegt, wenn ihr eine Wahlmöglichkeit habt. Und in dem Fall geht ihr also hier hin, drückt auf so ein Wegweiserschild, nach gegeben dem ganzen Mal noch, ah ja. Und habt dann die Möglichkeit, das hier auszuwählen. Wir erinnern uns, höhere Mathematik, das war wie die Informatiker das nennen. Analysis 1 und 2 war die Mathematiker-Version. Und dann haben wir das zweite, lineare Algebra 1 und 2. Lineare Algebra 1 und 2 ist nicht das Informatiker-Lineare Algebra 1 und 2, nur die Mathematiker in ihrer unendlichen Weisheit weigern sich halt, ihre Fachrichtung dahinter zu schreiben. Das heißt, ja, wir wählen das für die Fachrichtung Informatik und sind damit glücklich, können uns das abspeichern. Das Ganze wird dann in unserem Studienablaufplan hinterlegt. Und wir sehen, das ist hier eingefügt, können da raufdrücken, finden dort unsere Veranstaltungen, finden hier wieder diese grüne Tafel mit diesem Männchen für den E-Jax-Kurs, sehen, okay, das Ganze findet Montag und Freitag zu diesen Uhrzeiten im Hörsaal und Fasalengarten statt, können auch diese Veranstaltungen unserer Favoritenliste hinzufügen und haben damit unser Studiumplan ein bisschen gestaltet. Okay. Ja, bitte. Wie verbindlich ist es, wenn ich das eine ausgewählt habe? Die Auswahl im Studiumablaufplan, die ist erstmal komplett unverbindlich. Erst in dem Moment, wo du dich für eine Prüfung angemeldet hast, beziehungsweise da kommt man auch noch raus, aber wenn ich sozusagen eine Prüfung geschrieben habe und die mein Studiumablaufplan hingelegt ist, dann mache ich Dinge fest. Und gerade solche Sachen wie, ja, ich habe jetzt das eine, also keine Ahnung, ich habe das Mathematiker LA1 im ersten Semester geschrieben, aber ich weiß fürs zweite Semester, ah, ich habe das zwar jetzt geschafft, aber ich will doch nicht so viel Mathe machen, ich möchte doch auf das Informatikermathe umschwinken, aber man hat jetzt im System diese eingebrannte Mathematikabprüfung. Das sind dann so Sachen, wo das Kaposystem dann irgendwann an seine Grenzen kommt, man aber trotzdem in der Lage ist, zu einem Prüfer hinzugehen, man trägt ihm vor, okay, ich möchte rüber wechseln, der denkt dann einen Moment nach, okay, die Modulbeschreibungen von beiden sind gleichwertig, von dem, was sie an Kompetenzen verlangen und dann kann man das manuell rübertragen. Also das sind dann so die Momente, wo man dann doch in Person mit der Verwaltung zu tun hat, aber das geht im Prinzip. Andersrum, wenn man jetzt von Analysis drüber wechselt und man hat Analysis 1 geschrieben, ja, das bringt dir halt nichts, weil du hast halt eh die kombinierte Prüfung dann im zweiten Semester, das hat man dann halt ein bisschen weggeworfen. Geht theoretisch aber auch. So. Okay, das ist der Studienablaufplan und jetzt, wir kommen zum ersten Serviervorschlag. Das ist, ich habe hier so fleißig gerade so Favoritensternchen gedrückt bei den Veranstaltungen und ich habe irgendwie gleichzeitig gesagt, ja, das hat halt keine Konsequenz. Das hat insofern eine Konsequenz, also für Selbstmanagement, man kann dann auf Veranstaltungen gehen und dort gibt es einen Stundenplan-Knopf. Und jetzt sehen wir hier die Veranstaltung, die man sich vorher mit so einem Sternchen markiert hat und hat dort eine Übersicht, wo man in der Woche hinlaufen muss. Also so ein ganz klassischer Stundenkern. Profitipp, man kann diesen auf Internetkalender drücken und dann findet man hier einen Link und hier verschiedene Anleitungen und kann die mit seinem Apple-Account oder mit seinem Google-Account verbinden und hat das dann halt auf dem Handy auch im Kalender. Ja, Big Bill, ich weiß. Das Ganze hat dann noch manchmal so ein bisschen Lücken. Also es gibt Leute, die machen Änderungen, die tragen das aber nicht ins System ein, das passiert und dafür muss man dann halt seine Mails beobachten und ab und an ins IAS gucken. Und es ist auch nicht, auch ganz systematisch, nicht ganz vollständig. Also gerade die Tutorien in die kleinen Gruppen, in die man eingeteilt wird, die sind nicht immer vollständig. Die muss man sich dann vielleicht noch manuell in seinen Kalender hinzufügen. Ja, bitte? Ja. Die Frage war noch mal, wie das genau funktioniert. Also, nur ganz kurz, wir können uns da gerne im Nachhinein noch mal angucken. Aber es gibt halt Prüfungen, Prüfungsanmeldung und Abmeldung und dann habt ihr diese Baumstruktur und im Grunde versucht ihr halt ein bisschen rumzuklicken und irgendwann trifft man den richtigen Knopf. Also, man kann auf ganz viele Arten diese Baumstruktur modellieren und das ist halt nicht immer einheitlich. Also, einfach rumsuchen und gucken. Alternativ zu diesem ganzen, irgendwie sehr formalisch, sich die Sachen zusammen zu klicken, das kann man machen, das muss man nicht. Man kann sich auch eine Lerngruppe suchen und einfach immer machen, was die machen. Und das funktioniert meistens gut. Das Problem ist halt immer dann, wenn man immer einer Person hinterherläuft und die hat halt in diesem Zeug irgendwas übersehen, dann ist das halt nicht nur deren Problem, sondern auch dein Problem. Und da muss man halt einfach wissen, so ein bisschen, ja, okay, ist mir das jetzt recht oder ist mir das nicht recht? Anderer formaler Aspekt, die dieses Campus-System macht, ist Bescheinigung. Also, der Klassiker ist für euch am ehesten relevant, ist die sogenannte KVV-Bescheinigung. Die könnt ihr euch runterladen. Also, hier sind bestehende Bescheinigungen, dann kann man über diesen Knopf eine neue Sicht generieren. Und diese Bescheinigung, die sorgt halt einfach dafür, dass ihr am Wochenende und nach 18 Uhr hier mit den Öffis kostenlos durch die Gegend fahren könnt. Eine andere Bescheinigung, die für euch weniger relevant ist, aber die eure Eltern von euch haben werden wollen, für die Familienkrankenversicherung und für die Familienkasse, ist die Matrikulationsbescheinigung, die bescheinigt, dass ihr gerade immatrikuliert seid. Dann, einmal im Semester, müsst ihr eine sogenannte Rückmeldung machen, also immer so aktiv sagen, ja, ich möchte bitte noch weiter studieren. Dafür ist dieser Rückmeldung-Knopf. Ihr überweist einmal irgendwie 160 Euro oder 180 Euro ans KIT und dann geht es weiter. Okay, ja bitte. Es ging gerade um die Nextbikes. Die Bescheinigung brauchst du dafür nicht. Das ist was anderes. Würde ich gerne im Moment nicht drüber reden. Das können wir gerne nachher später. Okay. Ja, ein Hinweis vielleicht. Dieses ganze Verwaltungssystem, diese Bescheinigung, wenn ihr trans seid und ihr habt euren Namen noch nicht im Personenstand geändert, ihr könnt in dieser kompletten Selbstverwaltung euren Geschlechtseintrag und euren Vornamen ändern und das KIT will dafür nicht den Personalausweis sehen. Das könnt ihr eventuell recherchieren, falls das für euch relevant ist. Aber ja, wie gesagt, könnt ihr unabhängig von eurem Personenstandsregister machen und sorgt eventuell dafür, dass ihr halt ein Zwangsouting oder so vermeidet. Okay. Dann... War das soweit das Campus-System? Hat noch irgendjemand Fragen zum Campus-System, die irgendwie so inhärent von ich hab das Konzept nicht verstanden sind? Da oben. Äh, ja. Die Frage ist, es gibt ja später noch weitere Module, die man hören kann, wie man die ins Campus-System einträgt. Ja, den Weg gibt es. Es gibt halt in diesem Studienablaufplan so einen Bereich, der heißt Wahlbereich. Da ist dann so ein Wegweiser-Schild, genau wie das für die Mathematik ist und dort wählt man dann diese entsprechenden Module aus, die man hören möchte. Okay. Ja, bitte. Ja, das... Also die Frage ist, es gab ja noch diese Teilleistung, die ich wählen kann. Und ja, das ist analog. Das ist, äh, ja. Das ist analog. Das hat ein paar technische Gründe, wie Dinge modelliert werden. Ähm, müsst ihr euch im Moment nicht so den Kopf drüber zerbrechen. Das findet ihr dann mit der Zeit eigentlich selbsterklärend raus. Da oben, ja. Ja. Ah, die Frage ist ja, manchmal kann ich irgendwie, darf ich nur zwei auswählen, aber ich kann mehr auswählen, was bedeutet das? Das hat verschiedene Gründe. Also man kann Dinge, Module sehr lustig modellieren oder ganze Bereiche, zum Beispiel, indem man sagt, du brauchst 15 Leistungspunkte und man hat aber irgendwie 20 zur Auswahl und dann wählt man halt so viele, bis man hat. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Man kann Dinge, also Dinge im Studium sind sehr frei modellierbar. Gerade in den ersten Semestern ist das alles sehr starr. Ihr habt dieses Modul mit dieser Vorlesung und dieser Übung und dieser Klausur und Ende. Und später hat man diese Wahlmöglichkeiten, wo man sich immer mehr Sachen gestalten kann und da hat man dann auch gerne mal diese Wähle-3-von-5-Situation. Aber das ist nicht weiter dramatisch, das ist voll normal, dass man da nicht alles wählt. Okay. Wird dann erstmal weitergehen, dass wir zeitlich nicht zu sehr hinten dran hängen. Ich komme später drauf. Okay. So. Das ist das Campus-System. Ein Punkt, über den wir bisher nicht geredet haben, ist die sogenannte Orientierungsprüfung. Die Orientierungsprüfung hat folgenden Grund. Wir haben zu viele Studierende hier. Und wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass Leute teilweise sehr lange studieren, bevor sie realisieren, dass das Studium eigentlich gar nicht das ist, was sie wollen. Na, das ist so ein bisschen so die Realisation, was will ich eigentlich in meinem Leben? So. Außerdem, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir nehmen nur einen gewissen Teil der Leute und ich gehe nach Schulnotenleistung, das ist so dieser klassische NC. Ich weiß nicht, ob das eine Überraschung für euch ist, der NC liegt seit Jahren hier bei 4.0. Also jeder wird genommen. Ein Stück weit, also keine Ahnung, Lehrer haben halt auch nur begrenzte Aussagefähigkeit darüber, wie gut eine Infostudie jemand ist und man will sich auch nicht unbedingt auf dessen Fehlentscheidung verlassen. Also erstmal möglichst für den Leuten den Zugang ermöglichen, eine Zeit lang studieren lassen und dann guckt man, ob das funktioniert. Das hat eine Konsequenz von euch und deswegen brauche ich jetzt einmal wirklich die Aufmerksamkeit von euch. die Orientierungsprüfung ist das Bestehen von drei Modulen Lineare Algebra 1, Grundbegriffe der Informatik und Programmieren. Die Orientierungsprüfung selbst ist keine eigene Prüfung oder eine Klausur, die ihr schreibt. Das ist, wenn ihr im Campus-System drei grüne Haken an diesen drei genannten Modulen habt, das bedeutet, ihr habt die Orientierungsprüfung bestanden. Ihr müsst die Orientierungsprüfung bis mit dem Ablauf des dritten Semesters bestanden haben. Wenn das nicht der Fall ist, werdet ihr Zwangsexmatrikuliert und könnt das nicht verhindern. Auch wenn ihr noch, also auch an sich, man darf länger studieren, aber wenn die Orientierungsprüfung mit dem dritten Semester nicht bestanden ist, bedeutet das die Beendigung des Studiums. Es ist dafür nicht relevant, ob noch Versuche bestehen. Wenn ihr also, ihr habt, ach, ich habe was vergessen, ganz am Anfang, wo ich über diese drei unterschiedlichen Leistungsnachweise geredet habe, ihr habt für jede schriftliche Klausur zwei Versuche. Das heißt, ihr rasselt durch LA1, dann habt ihr einen zweiten Versuch LA1. Wenn ihr allerdings jetzt in diesem Semester euch nicht für die Prüfung anmeldet und ihr meldet euch im nächsten Semester auch nicht für die Prüfung an, sondern ihr meldet euch erst im dritten Semester für die Prüfung an und besteht euren ersten Versuch nicht, dann bekommt ihr nicht die Gelegenheit, diesen zweiten Versuch zu probieren. Einfach weil die Regel, die drei Semester sind abgelaufen, dann könnt ihr nicht darauf bestehen, im vierten Semester noch euren eigentlich zweiten Versuch zu absolvieren. So. Theoretisch eure Prüfungsordnung, die sagt eigentlich, ihr müsst es bereits im zweiten Semester versuchen. Okay. Was bedeutet es, wenn ihr das trotzdem nicht macht nach dem zweiten Semester? Gar nichts. Ja? Ähm. Fast. Es gibt einen Grund, warum man das in die Prüfungsordnung reingeschrieben hat. Das ist folgender. Wenn ihr eine schriftliche Klausur im zweiten schriftlichen Versuch nicht bestanden habt, ähm, gibt es eine sogenannte mündliche Nachprüfung. So mündliche Nachprüfung, reden wir später drüber, aber im Grunde ist das so die letzte Möglichkeit, Zeit euch zu retten und eigentlich steht die nochmal immer davor, bevor man ein Modul nicht, endgültig nicht bestanden hat und dadurch, dass halt nach diesem dritten Semester diese harte Cut-off-Point ist, äh, habt ihr aber nicht mehr die Möglichkeit zu dieser Nachprüfung und deswegen möchte man, dass ihr halt, also ihr verschenkt im Grunde einen Versuch, wenn ihr es nicht im zweiten Semester versucht, weil jetzt im dritten Semester habt ihr einen Versuch und ihr, äh, müsst es dann eh bestanden haben und wenn ihr zwei Versuche pro schriftlicher Klausur habt, bringt es euch halt nichts, im zweiten Semester das nicht zu versuchen. Okay. Wenn Genau. Es gibt theoretisch normalerweise ein System, einen etwas salopp gesagt Härtevereintrag zu stellen, mit dem man sich einen erneuten Versuch bei einem Modul holen kann, wenn man, äh, durch seine eigentlichen zwei Versuche gedosselt ist, der ist in diesem Fall nicht möglich, ja? Also ihr müsst es wirklich in diesen maximal zwei Versuchen bis zum dritten Semester bestanden haben. Aber wer von euch hat jetzt ein bisschen Sorge um sein Studium? Ah, ein paar Menschen trauen sich. Okay. So, wer hat jetzt Angst um sein Studium? Oh, okay. Genau. Ich möchte mal ganz kurz über Durchfallquoten reden. Ja, das ist, 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 ist so dieses typische, oh, 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 alle, alle scheitern, da ist das Studium am KIT ist so schwierig und, 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 keine Ahnung was und Zukunftsangst. Ich glaube euch übrigens nicht, dass wir nur so wenig Angst davor haben, aber na gut. Ähm, eine Durchfallquote von 50%, ja? Das bedeutet nicht, dass der Stoff in sich selbst schwer ist für die Hälfte der Studis. So, das ist so eine Aussage, die, die, die irgendwie nicht bei allen präsent zu sein scheint. So, ja, der Steffel ist schon anspruchsvoll, also man muss schon was dafür tun und, und, klar, irgendwo filtert das dann auch so ein bisschen, aber normalerweise eine Durchfallquote ist einfach ein System von einer falschen Lernstrategie und das ist so dieses Klassische, oh, das Matter in den ersten beiden Semestern beim KIT ist so schwierig, jada, 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 Elite, keine Ahnung was. Äh, nein. Es ist eigentlich eher, ihr kommt halt von der Schule, ihr habt halt keine Ahnung, äh, wie man ordentlich lernen muss. Also die, die, einfach die Arbeitsweise, die Arbeitsstrategie, äh, das ist halt eher so das Problem, was das abprüft. Und, und, das ist halt auch das, warum das in den späteren Semestern besser wird, wenn man das halt irgendwann hinkriegt, seine Arbeitsmethodik in den Griff zu kriegen, dann besteht man auch diese Module, weil an sich, der Stoff ist machbar. Ja. Okay. Gut. Womit wir natürlich zu der Frage kommen, okay, wie funktioniert das jetzt? also, wie kriege ich das hin, dass ich nicht durch so ein Modul wasse? Ähm, der wohl wichtigste Punkt ist, ihr sucht euch eine Lerngruppe, ja? Also, die wenigsten Leute bestehen das erste Semester, indem sie einzeln in die ganzen Veranstaltungen reingehen. Und das ist einfach, ähm, man geht in so eine Vorlesung, man hört das alles und das klingt alles in sich schlüssig und man denkt, man hat es verstanden, man hat es halt nicht verstanden. Also, man hat öfters mal so, äh, keine Ahnung, so Glühbirnmomente, dass man irgendwie Dinge neu versteht. Und dafür ist es einfach unglaublich wichtig, dass man mit Menschen reden kann, gemeinsam über Probleme redet, äh, deswegen braucht man diese Lerngruppe. Ähm, der andere Punkt ist, eine Klausur fragt ab, ob ihr es inhaltlich verstanden habt. So, und diese Klausur wird erstellt von wer auch immer Modulverantwortlicher ist. Und diese Person gibt euch vorher Übungsblätter, mit der sie abfragt, Themen, von der die Person hält, dass sie relevant ist, um den Stoff inhaltlich zu verstehen. Also versucht im Zweifel in der Klausurenphase diese Übungsblätter nochmal zu machen. Ähm, wir haben Altklausuren und die sind ein tolles Lernmittel und vor allem sorgen sie dafür, dass, äh, alle Leute Zugang zu den gleichen Lernmitteln haben. Aber so dieser klassische Fehler ist, sich, äh, okay, ich, die Übungsblätter, ja, hm, keine Ahnung, so 60 Prozent Punkte habe ich dann bekommen, ich habe das nicht immer perfekt gemacht, ging halt so mehr oder weniger, manchmal habe ich mich von Kollegen beziehen lassen, äh, ich baller jetzt, weil ich nicht so viel Zeit habe, einfach die ganze Zeit Altklausuren. Und, äh, das ist so der Klassiker, wie es halt schief geht, weil wenn man halt auf diese Aufgaben lernt, hat man es inhaltlich nicht verstanden, die Person denkt sich neue Aufgaben aus und man rasselt halt durch. Und diese Aussage, ja, meine Prüfung, die war ja viel schwieriger als das, was in den Altklausuren ist, ist halt so, also, ja, das ist so, das hört man jedes Mal. Ja, zur Veranschauligung, lineare Eilber, jedes Semester, jedes Jahr, äh, macht das eine neue Forschungsgruppe. Ja, einfach, dass diese Belastung, so eine Veranstaltung zu halten im ersten Semester mit den ganzen Leuten, nicht immer nur die eine Abteilung, äh, von ihrer Arbeit abhält, lässt man das jedes Jahr durchrötieren. Also, man hat nicht dieses, dass immer jemand dieselbe Klausur stellt. Deswegen, versucht, mit den Übungsblättern inhaltlich die Sache nochmal zu verstehen und dann überprüft ihr mit den Altklausuren, ob das funktioniert hat. Ja, also als Überprüfung ja, aber die Altklausuren lernen, das wird nicht gut gehen. dann, ihr habt euch also jetzt, ihr wart das ganze Semester über in der Vorlesung, ihr habt euch für den Übungsschein angemeldet, ihr habt euren Übungsschein bekommen, ihr habt euch für die Klausur angemeldet, das könnt ihr machen, in dem Moment, wo alle Voraussetzungen erfüllt sind, äh, ja, gerade im ersten Semester, es kann halt sein, keine Ahnung, mir fliegt Programmieren um die Orden, dieses eine Modul, also ich schaffe die anderen, aber das eine Modul schaffe ich nicht, ihr könnt euch von Klausuren, von denen ihr euch im Campus System angemeldet habt, an dieser Stelle auch wieder abmelden. Und das könnt ihr auf jeden Fall online bis Mitternacht am Vortag, ihr könnt aber auch bis zur Minute, bevor die Klausur startet, bei der Klausuraufsicht im Hörsaal, wo ihr die Klausur schreibt, euch wieder abmelden. Und das ist dann so, als ob ihr euch nie angemeldet habt, ja, also es geht kein Versuch flöten. Ähm, na, gerade wenn ihr drei Semester Zeit habt für zwei Versuche, kann das eventuell für euch Sinn machen. Wenn ihr angemeldet seid, aber ihr taucht nicht bei der Klausur auf, dann kriegt ihr eine 5.0 und ihr habt einen Versuch, in dem ihr durchgefallen seid. So, dann, die Noten werden im Campus System veröffentlicht, äh, und dann gibt es irgendwann eine Einsicht. In dieser Einsicht, ja, könnt ihr Einsicht nehmen in eure Klausur und in die Korrektur dieser. Und das ist gerade im ersten Semester, wenn ihr dort eine Note bekommt, mit der ihr nicht wirklich zufrieden seid, wirklich relevant. Beziehungsweise auch so, also immer, wenn ihr nicht mehr 1.0 habt, lohnt sich das in diesen Großveranstaltungen im ersten Semester. Weil, wenn ihr eure Eilhüber mit den Mathematikern zusammen, hat tausend Zuhörer. So, tausend Leute, die diese Klausur schreiben. Ähm, diese Klausurkorrektur legt so eine Abteilung lahm. Die versuchen im Akkord diese Blätter durchzukorrigieren und es kann passieren, dass man so ein komplettes Blatt übersieht und eine ganze Aufgabe, die ihr bearbeitet habt, nicht mitgezählt wird. Also, gar nicht mal auf inhaltlicher Ebene, sondern einfach nur durch dieses Organisatorische lohnt es sich, in die Klausur zu gehen. Okay. So, ihr seid in die Einsicht gegangen und es reicht mit den Punkten nicht. Äh, was machen wir jetzt? Ähm, die Antwort lautet der zweite Versuch. Ja? Äh, Klausuren finden nicht immer, aber in der Regel und für die ersten beiden Semester ist das bei euch immer so, einmal pro Semester statt. Ähm, bei der schriftlichen Klausur, wenn ihr den zweiten Versuch probiert habt und ihr seid durchgefallen, dann gibt es eine mündliche Nachprüfung. Diese mündliche Nachprüfung gehört zum, noch zum schriftlichen Versuch mit zu. Das sorgt dafür, dass ihr eine zeitliche Nähe habt, ja. Also, ihr könnt euch nicht irgendwie für ein beliebiges Datum anmelden, sondern ihr kriegt das meistens mitgeteilt und ihr müsst dann da sein. Ähm, und ihr seid auch dort nur in der Lage, euch auf eine 4.0 zu retten. Also, der Zweck dieser Nachprüfung ist es festzustellen, ob dieser schriftliche Versuch tatsächlich in der Lage war, festzustellen, äh, dass ihr, dass der, ähm, ja, dass eure Leistung nicht ausreichend war oder ob das ein anderes Problem ist. Also, man versucht einfach nur, euch dort auf eine 4.0 zu retten. hat das nicht geklappt, habt ihr den Verlust des Prüfungsanspruchs erreicht. Die Konsequenz des Verlusts des Prüfungsanspruchs ist die Zwangsexmatrikulation. Ähm, was man dabei beachten muss, ist, bei einem Verlust des Prüfungsanspruchs ist ein Studium bei inhaltlicher Nähe auch an anderen Hochschulen nicht möglich. Ja, wenn ihr also sagt, okay, LR1 hat mich aus dem Studium gekegelt äh, und ich möchte jetzt hier Mathematik studieren oder ich möchte Informatik an einer anderen Universität studieren, kann es halt sein, dass bei einer Immatrikulation euch die andere Universität sagt, ja, Moment mal, du bist aber aus deinem anderen Studium geflogen wegen Linearei bei 1 und inhaltliche Nähe bedeutet jetzt, wir erwarten von unseren Studierenden auch, dass sie LR1 bestehen und das hat bei denen nicht funktioniert und deswegen kannst du dich bei mir nicht immatrikulieren. Andersrum kann es sein, dass eine Universität oder eine andere Hochschule, zum Beispiel die Fachhochschule, auch sagt, ja, okay, wir brauchen zwar auch LR1, aber wir machen das auf einem anderen Niveau als das KIT, bei uns kannst du auch Informatik nochmal versuchen. Das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich und das sind halt beliebige Kombinationen zwischen verschiedenen Hochschulen, das heißt, es gibt ja nicht die fertige Liste, das heißt, wenn man da in die Situation rein rennt und es nicht dieser Standardfall ist, ich gehe zur Hochschule hier, zur Fachhochschule, weiß man das vorher halt nicht und merkt halt erst dann bei der Einschreibung, ob man abgelehnt wird oder nicht. Ja, bitte. Frage ist, wann muss ich mich spätestens zu einer Prüfung anmelden? Das kommt drauf an, als Modulverantwortlicher kann ich dem Campus-System sagen, das ist eine Anmeldefrist. Bis dahin ist die Anmeldung offen und das kann jeder Modulverantwortliche für sich selbst definieren. Gleichzeitig gibt es einen Anmeldungsstart, der auch frei definiert werden kann und es ist halt eure Verantwortung, mitzukriegen über E-Mails und EDIAS-Kurse, wann dieses Fenster für euch offen ist. Wenn ihr einen Prüfungsanspruch verloren habt, es gibt dazu eine Rettung, das ist der sogenannte Härtevollantrag, dazu kommen wir später. Das ist euer Informatik-Bachelor. Ja, wir sind gerade im ersten Semester, da sehen wir unsere vier Module HM1, LA1, GBI, Programmieren. Der Hauptteil von eurem Studium sind die sogenannten Pflichtmodule. Ja, das ist alles, was hier blau markiert ist und das sind die Sachen, an denen ihr nicht groß rüttelt. Also, das ist vorgegeben, es ist für euch vorgegeben, dass ihr diese Module macht, einfach dadurch, dass ihr sagt, ich studiere einen Informatik-Bachelor nach meiner Prüfungsordnung. Die Reihenfolge dieser Module ist fast beliebig. Also, das ist, wenn man so möchte, ein Serviervorschlag ihrer Fakultät. Und der Grund davon ist eigentlich relativ simpel. Auf der einen Seite, ihr habt eine gewisse Selbstverantwortung und auf der anderen Seite, ihr fallt halt früher oder später wahrscheinlich durch eine Prüfung durch und wenn ihr sich jetzt dadurch, keine Ahnung, weil ihr im ersten Semester einen von diesen Blöcken nicht habt, wenn sich jetzt alles dadurch im Semester nach unten schieben würde, wäre das für alle ungünstig. Es gibt davon diese drei Ausnahmen, also so einzelne Module definieren halt, okay, es ist wirklich sinnvoll, dass du das Wissen aus dem einen Modul nachgewiesen hast, damit du an mir teilnehmen kannst. Aber bis auf diese drei Ausnahmen, Praxis der Softwareentwicklung, Programmierparadigmen und Grundlagen der KI ist das alles frei und ohne Voraussetzung, ob man ja in einer Prüfung teilnimmt. Ansonsten, es gibt die Regel, ihr müsst alle Pflichtmodule bis auf eines erfolgreich abgeschlossen haben, bevor ihr mit eurer Bachelorabschlussarbeit anfangen könnt. Teil eures Studiums ist das Ergänzungsfach. Das sind sogenannte Anwendungsgebiete der Informatik mit insgesamt 12 bis 21 Leistungspunkten. Es gibt Gründe, also manche Ergänzungsfächer sind größer, manche sind kleiner, der Bachelor in Summe muss aber bei 180 Leistungspunkten liegen. Und das Anwendungsfach sind nicht Informatikmodule, aber sozusagen fachfremde Module, wo euch aufgezeigt werden soll, wo man Informatik einsetzen könnte. Und in Übersetzung ist das eigentlich ein beliebiges Vorlesungsangebot des KIT. Also ihr könnt dort BWL hören, ihr könnt dort, ich glaube Astronomie geht seit vorletzten Semester, man kann dort Vorlesungen zu Verkehrswesen belegen, all das kann man da machen. Relevant ist das meistens ab dem dritten Semester, deswegen ist das da auch so schön eingetragen. Und ansonsten gibt es so die Faustregel, guckt halt, dass ihr die Module aus den ersten beiden Semestern alle erfolgreich abgeschlossen habt, bevor ihr euch überlegt, ob ihr mit einem Ergänzungsfach anfängt. Dann, nicht jedes Ergänzungsfach ist auch darauf ausgelegt, dass es im dritten Semester begonnen wird, also manche Ergänzungsfächer definieren halt, okay, ich fange halt erst im vierten Semester an. Also das ist halt immer so dieser Takt Wintersemester, Sommersemester. Und manche Module bauen halt aufeinander auf und das dann halt die Einführungsveranstaltungen Wintersemester und manche im Sommersemester und das sorgt halt eben dafür, dass ihr das reingucken müsst, wie ihr das bei euch reinsortiert. Dann gibt es den Wahlbereich. Der Wahlbereich, das sind Informatikmodule, aber das sind Module, die nicht festgelegt sind und die nicht Ergänzungsfach sind und das ist 15 bis 31 Leistungspunkte groß und das ist im Grunde das Auffangbecken von den ganzen variablen Leistungspunkten Grenzen. Also wenn ihr dieses Mathematika Mathe macht oder ihr habt einen Ergänzungsfach mit mehr oder weniger Leistungspunkte, sorgt das am Ende dafür, dass sich euer Wahlbereich anpasst, wie viel Leistung ihr dort erbringen müsst. Und in diesem Wahlbereich, dort gibt es eher Vorgaben, die verwaltungstechnischer Natur sind. Also im Grunde, eigentlich könnt ihr dort beliebig Module wählen, ihr könnt euch auch Module aus dem Master schon wählen. Also das kann zum Beispiel interessant sein, wenn ihr euch überlegt, okay, ich will nur einen Bachelor machen und nicht einen Master, aber ich interessiere mich für Robotik, dann könnt ihr halt Robotik-Master-Module am Ende eures Bachelors hören, wenn das für euch interessant ist. Also seid ihr halt ziemlich flexibel, genau. Dann, besonderer Bereich sind die Schlüsselqualifikationen. Ihr habt sechs Leistungspunkte vorgegeben an Schlüsselqualifikationen. Zwei Leistungspunkte könnt ihr davon nicht beliebig setzen, weil die bereits in einem Pflichtmodul drin sind, reden wir gleich drüber, aber im Grunde vier Leistungspunkte könnt ihr auswählen. Wofür könnt ihr diese vier Leistungspunkte auswählen? Für Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Themen, fachwissenschaftliche Ergänzungsangebote, welche die Anwendung des Fachwissens und jada, 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 jada. Das können Sprachkurse sein, das ist so der Klassiker. Das können manchmal Seminare sein und das können, sag ich mal, eher speziellere Veranstaltungen sein, also so Dinge wie Ethik in der IT. Ja? Irgendwo gab es eben eine Frage zu den Schlüsselqualifikationen. Existiert die noch? Ja. Okay. Die Frage ist, kann ich das schon ab dem ersten Semester machen? Theoretisch ja, praktisch nein. Konzentriert euch erstmal wirklich auf die vier Pflichtmodule, die ihr im ersten Semester habt. Davon ab, so Dinge wie die Sprachkurse, die sind bereits vergeben, also für die könnt ihr euch nicht mehr annähen. Okay. Ein Schlüsselqualifikationsmodul, was ihr machen könnt, ist das sogenannte Easy-Modul. Der Zweck von Easy ist euch beizubringen, wie ihr studiert. Ja? Das ist eine Reaktion der Fakultät auf die Abbrechquote oder auf die Schwundquote. Da kriegt man so Dinge beigebracht, wie Zeitmanagement oder Prüfungsvorbereitung. Das Paradox, was man natürlich immer so ein bisschen hat, ist, ja, mein Zeitmanagement ist kaputt. Ich bin nicht in der Lage, mich ordentlich in meiner Arbeit zu vollbringen, also packe ich mir eine weitere Verpflichtung in den Wochenplan rein, die halt selbst wiederum Zeit erfordert, von der ich gerade keine habe. Und das ist dann immer so ein bisschen tricky, vor allem dann, wenn dieses Modul nicht unbedingt jedem hilft. Also es gibt halt Leute, denen hilft dieses Modul und es gibt Menschen, die gehen in dieses Modul rein und die sagen halt, okay, das ist Zeitverschwendung. Also es kommt halt so ein bisschen auf das Persönliche an und ansonsten würde ich euch empfehlen, da vielleicht mit euren Tutoren in der O-Phase drüber zu reden, ob das für euch interessant ist oder nicht. Aber so ein bisschen als Anreiz, damit Leute dieses Modul belegen, gibt es eben diesen einen Leistungspunkt dafür. So, so ein bisschen special als Modul ist die Praxis der Softwareentwicklung. Das ist, ihr schreibt nicht eine Klausur im klassischen Sinne, sondern man wirft euch mit vier Leuten zusammen, sodass ihr eine Fünfergruppe seid und ihr sollt ein Praxisprojekt in der Softwareentwicklung machen. Also ihr sollt nicht einfach irgendwie runtercoden, sondern ihr sollt Ingenieursmäßig Software erstellen. Ja, also ihr sammelt erstmal die Anforderungen, ihr formalisiert die, ihr schreibt das Programm, ihr schreibt Testfälle, ihr schreibt Berichte darüber. Also, ja. Das kann sehr Spaß machen, das kann aber auch unglaublicher Zeitfresser sein. Das kommt so ein bisschen drauf an, mit wem man da zusammengewürfelt sein. Also es kann halt sein, dass man dabei neue Freunde findet für das Studium. Es kann auch sein, dass man sagt, oh Gott, mit denen will ich nie wieder was zu tun haben. Und da sind diese zwei SQ-Punkte, Schlüsselqualifikationspunkte, die ich eben meinte, die schon vorgegeben sind, dass man halt sagt, okay, wenn du in der Lage bist, dich mit vier Leuten irgendwie drei Abende in der Woche um die Nacht zu schlagen und ihr es geschafft habt, euch dabei nicht den Kopf abzureißen, Mensch, so jemand muss irgendwie eine grundlegende soziale Kompetenz haben und für diese Teamarbeit kriegt ihr halt eben nochmal zwei eigene Leistungspunkte. Problem so ein bisschen an der Sache ist, das sind Projekte, die nicht als Klausuraufgabe sich ausgedacht worden sind. Also man geht zu ganz vielen Lehrstühlen und versucht, okay, habt ihr ein Problem? Wollt ihr gerade irgendwie was umgesetzt haben und könnt ihr nicht euer Problem sozusagen als Softwareprojekt für dieses Modul anbieten? Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass man eine realitätsnahe Aufgabe bekommt, weil man ein tatsächliches Problem für diese Forschungsgruppe lösen soll. Auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass man nicht genug Projekte hat für die Menge der Studierenden. Und deswegen, auch wenn das in dieser Tabelle ins dritte Semester eingetragen ist und wenn ihr im Modulhandbuch nachguckt, ist das auch dort im dritten Semester eingetragen, ist es eigentlich gedacht als im dritten oder im vierten Semester. Einfach, wenn man versucht, die über beide Semester aufzuteilen. Und dann kann es halt sein, dass ihr habt alle Klausuren erreicht und ihr meldet euch für dieses PSE an, dass ihr keine Zuteilung bekommt. Und dann steht ihr halt da und habt eine Lücke in eurem Studiplan. Und das ist dann so der Moment, okay, wenn das passiert, dann fange ich halt stattdessen mit einem Ergänzungsfach oder mit einem Wahlbereich zum Beispiel an. Also je nachdem, ob ich da halt reinkomme oder nicht. Da fängt dann an, so ein bisschen der Ablaufplan durcheinander zu quirlen, sag ich mal. Frage ist, ob man Einfluss hat, mit wem man in der Gruppe landet. Ja, wenn man Leute schon kennt, kann man das angeben bei der Zuteilung, ähnlich wie das hier mit diesen Urphasengruppen war und bleibt halt in der Gruppe mit Leuten, die man schon kennt. Die wird dann halt eventuell noch mit zufälligen Leuten aufgefüllt, damit halt möglichst alle Plätze vergeben werden. Okay. Dann, es gibt ein kleines Pro-Seminar, wo eure Aufgabe ist, einen Vortrag und eine Seminararbeit zu einem Thema zu machen. Auch dort gibt es eventuell Platzprobleme, analog zu PSE, aber nicht ganz so stark. Ihr kriegt eine sehr zufällige Betreuung. Wie gesagt, es gibt nicht eine Forschungsgruppe, die dieses Modul anbietet, sondern das ist so eine Queraufgabe über alle Forschungsgruppen. Jeder soll mal ein Thema bereitstellen und je nachdem ist halt die Betreuung besser oder schlechter. Aber Aufgabe ist im Grunde sozusagen euer erster Kontakt dazu, eine wissenschaftliche Arbeit zu machen. Und wo hat man diese Aufgabe noch? Am Ende mit der Abschlussarbeit. Und deswegen ist das pro Seminar, wenn die Betreuung gut ist, soll ich halt dazu vorbereiten, so eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen. Also, wie zitiere ich richtig, wie funktioniert wissenschaftliche Schreiben, Quellenangabe, also der ganze Spaß halt. und meistens muss man sich halt, also die Aufgabe, die man halt hat, ist halt ein, okay, hier sind ein Satz an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ihr versucht halt, so ein wissenschaftliches Paper zu verstehen, die Methodik zu bewerten, die die anwenden und versucht das dann halt irgendwie zusammenzumanschen in eurem eigenen Report. Beendet euer Studium, das letzte, dieser speziellere Module ist dann halt eben diese Bachelorarbeit, die ihr am Ende eures Studiums macht. Diese ist 15 Leistungspunkte im Arbeitsaufwand, wird allerdings doppelt gewichtet in der Benotung, also als ob sie 30 Leistungspunkte hat. All die Noten, die ihr sammelt, die wandern in eure Abschlussnote rein und weil man diese Leistungspunkte als Workload-Indikator hat, gewichtet man die alle nach diesen Leistungspunkten. Also eine 1,0 in einem 15-Punkte-HM-Modul ist mehr wert als eine 1,0 in so einem drei Leistungspunkte-Pro-Seminar. Man veranschlagt dafür circa vier Monate Zeit. Ihr sucht euch ein Thema in einem Institut aus, was euch gefällt und meldet euch an und schreibt ihr. Und das Ganze könnt ihr machen, sobald maximal ein Pflichtmodul noch offen ist, also alle bis auf ein Pflichtmodul müsst ihr halt bestanden haben und ihr müsst insgesamt 120 Leistungspunkte, also vier Semester abgeschlossen haben. Aber könnt euch erstmal auf alles andere konzentrieren, bevor ihr euch darüber Gedanken macht. So, was heißt das für euch? Zur Erinnerung, für euch unmittelbar relevant die vier Module, Grundbegriffe der Informatik, Lineare Algebra, Höhe von Mathematik und Programmieren. Ihr bekommt mit den nächsten Wochen und vielleicht hat das auch schon angefangen, wesentlich mehr E-Mails, als das für euch bisher in eurem Schülerleben relevant war. Und manche dieser E-Mails sind für euch wichtig und manche sind nicht für euch wichtig. Ja, das heißt, wenn ihr E-Mails bekommt und da steht dann plötzlich was wie Anmeldungsfrist pro Seminare, dann könnt ihr das halt ignorieren. Wenn ihr irgendwann im dritten Semester seid, dann dürft ihr das nicht mehr ignorieren. Und das ist halt eben diese Selbstverwaltung. Ihr müsst halt in der Lage sein, selbstständig zu erkennen, was ist für mich relevant und was ist für mich nicht relevant. So. Aber kein Stress. Wie gesagt, das meiste für euch im ersten Semester nicht relevant, bis auf die Tutorienanmeldung. Das wird euch aber in den ersten Wochen von vorne und von hinten und von allen Seiten gesagt, weil das jedes Jahr immer dasselbe Chaos ist. Und irgendwann im ersten Semester, so mit der Zeit, gewöhnt man sich dann auch an alles und dann kriegt sein E-Mail-Programm so eingerichtet, dass einem das alles sortiert. und wird dann da ein bisschen abgebrüht. Also das wird alles ein bisschen übersichtlicher mit der Zeit. Ihr könnt ins Ausland gehen. Es gibt alle möglichen Partnerschaftsprogramme. Zentrale, Erasmus, Interart. Zwei Dinge, die man beachten dafür muss, ist eine Bewerbungsfrist. Also es kann halt sein, dass ihr, wenn ihr innerhalb von der EU ist das meistens ein Jahr, wenn ihr nach Übersee wollt, sind es in der Regel anderthalb Jahre und so ein Dauerproblem ist die Anrechenbarkeit. Ja, also wenn ihr irgendwie ein, keine Ahnung, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwie in Barcelona oder so hört und geprüft hat und ihr kommt jetzt zum KIT zurück und sagt, ja, ich möchte das ja nicht doppelt machen. Ich habe das schon, ich möchte mir das anrechnen lassen. Dann kann es halt passieren, dass das KIT sagt, ja, also gut, also wer sagt denn, dass das spanische Wahrscheinlichkeitstheorie auf dasselben Niveau-Level ist, wie hier das, was wir von unseren KIT-Studierenden erwarten und hat dann Anrechnungsprobleme. Das sind so Punkte, die muss man halt vorher ein bisschen abklären und irgendwo leider auch immer ein bisschen bereit sein, Abstriche zu machen. Das war das Studium. Frage ist, was machen wir, wenn Dinge nicht so glatt gehen, wie sie sollen? So, das Universalmittel, also das technische Mittel ist der Herthafallantrag. Ja, eigentlich der Antrag auf zwei Täterholung, der wird immer relevant, wenn ihr seid zu oft durch Klausuren gerasselt oder ihr seid über die Maximalstudiendauer. in der Regel ist das nicht das Ende. Ihr könnt einen Antrag stellen der Natur mit, ja, ich weiß, ich bin durchgefallen, aber ich weiß mittlerweile, ich bin gewachsen, keine Ahnung, ich habe halt falsch gelernt, ich habe erkannt, woran das liegt, nächstes Mal mache ich das besser. So. Und das funktioniert normalerweise, ja. Und dann kriegt ihr halt einen dritten Versuch. Ähm, auch dieser dritte Versuch bei einer schriftlichen Klausur hat auch wieder eine eigentliche mündliche Nachprüfung. Ja, ihr kriegt nicht zwei neue Versuche, aber ihr kriegt einen weiteren neuen Versuch. Ähm, ja, das wird dann immer kritischer, falls ihr einen zweiten Antrag stellt, dann guckt man halt genauer hin. Äh, und die Orientierungsprüfung, Grundbegriffe der Informatik, lineare Algebra 1, programmieren, wenn das der Grund dafür war, dann, äh, könnt ihr in dem Fall, werden diese Härtefallanträge abgelehnt. Ähm, diese Anträge, die kommen, die werden entschieden durch den sogenannten Prüfungsausschuss. So. In diesem Prüfungsausschuss sind zwei Mitglieder von der Fachschaft. Wir wissen ziemlich gut, was in diesen Anträgen funktioniert und was in diesen Anträgen nicht funktioniert. Und bei vielen Sachen ist, äh, viele Probleme in der Uni und, und vielen Ratschlag kann man sich durch sehr zufällige ältere Studierende holen. Aber das ist so dieser Punkt, wenn es darum geht, dass ihr so einen Antrag schreiben sollt, ähm, verlasst euch vielleicht weniger auf Leute, die ihr schon kennt, sondern kommt tatsächlich dafür wirklich in die, in die Fachschaft rein und wir können entgegenlesen. Ähm, es tut einfach nicht Not, dass, äh, ihr da wegen dem Fehler, der vermeidbar ist, von der Uni fliegt. Dann, was kann euch zum Problem werden? Äh, zum Problem werden kann die Höchststudiendauer. Ihr habt sechs Semester Regelstudiendauer, aber neun Semester ist so die kritische Zahl, äh, die ihr maximal studieren dürft. Auch hier, ihr könnt einen Antrag stellen, in dem ihr begründet, warum ihr mit sag ich mal, keine Ahnung, noch ein weiteres Semester und ich schaff's, äh, diesen, ne, ne, ne Erhöhung dieser Studiendauer haben möchtet. Ähm, wichtig, diesen Antrag muss man stellen, bevor man in die neuen Semester reinrennt. Ja, also wenn der Brief kommt, sie wurden exmatrikuliert, weil sie die Höchststudiendauer geknackt haben, dann ist zu spät. Ja, bitte? Äh, Elena, bist du da? Ah, er zählt ein Auslandssemester in die Höchststudiendauer rein, ja, oder? Wir haben das vorbereitet. Zählt rein, aber ich würde behaupten, wenn ihr ein Auslandssemester macht und dann einen Antrag auf Studienzeitverlängerung stellt, dass der dann wahrscheinlicher durchgeht, als wenn ihr keins habt. Okay. Ja? Du meinst, wie oft kann ich das Spiel wiederholen? Also es kommt drauf an, es kommt halt auf die Begründung an, mit jedem Mal wird es schwieriger und die Frage ist, kannst du es selbst verantworten? Du kannst die selbe Begründung jedes Mal neu raufwerfen, sondern es kommt dann halt eher drauf an, wie, ja, es gibt halt etwas, ich kann das zwingend nicht verantworten, weil zum Beispiel, keine Ahnung, die Familie ist gestorben oder sowas, ne? Also das sind dann einfach irgendwann, ja, aber es sind dann halt, irgendwann braucht man andere Argumente. Und kann ich das tatsächlich, oh Gott, ich verstehe, kann ich das selbst verantworten oder nicht? So Leute, noch 20 Minuten, dann haben wir es. Okay. Hilfsangebote, wir sind fast fertig. Ah, so, die Regelstudienzeit, genau. Regelstudienzeit, sechs Semester, warum ist die überhaupt definiert, wenn ich ja eh neun Semesterzeit habe, der Grund ist eigentlich weniger für euer Verhältnis zwischen euch und dem KIT, aber eher externe Stellen, die das als Maßstab nehmen. Zum Beispiel, das BAföG-Amt, ne? Alle Leute, die von euch BAföG beziehen, äh, haben einen Bewilligungszeitraum und der orientiert sich eben leider an der Regelstudienzeit und nicht an der durchschnittlichen Studiendauer. So. Oder Stipendien, analog. Äh, Hilfsangebote. Großer Unterschied zur Schule ist, äh, wenn es hier nicht glatt geht und man, keine Ahnung, irgendwann kommt man nicht mehr in die Vorlesung oder man ist halt nur noch in der Vorlesung am Schlafen oder weiß der Geier was, äh, es gibt nicht so diesen Lehrermoment, jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, ist alles mit dir in Ordnung? Ja? Das passiert einfach nicht, sondern irgendwann, man rasselt durch die Prüfung oder man kommt in die Hilfsstudiendauer rein äh, und dann war's das halt. Das heißt nicht, ähm, dass man eigentlich helfen möchte, nur dieses, man muss den ersten Schritt sozusagen immer selbst machen. Also man muss in der Lage sein, selbst für sich zu erkennen, ich habe da ein Problem, was ich lösen muss und dann dieses Problem zu lösen, dafür gibt es einiges an Hilfsständigkeit. So. Ja? Ob ich weiß, was die durchschnittliche Regelstudienzeit ist? Ähm, keine Ahnung, ich würde mal sagen, irgendwie siebeneinhalb Semester oder so, das ist jetzt aber sehr Bauchgefühl. Gibt es irgendwo eine Statistik? Ich kenne die Statistiken, ähm, ich kann euch nicht sagen, was es aktuell ist, aber es ist zum Teil auch acht Semester gewesen, je nach Jahr, in dem man guckt. Okay. So. Punkt 1 ist das MINT-Kolleg. Das MINT-Kolleg ist die Nachhilfeschule des KITs, ja? Vor allem für die Mathematikkurse ist das für euch relevant. Ähm, Semesterbegleitende Kurse zur höheren Mathematik und linearen Algeber. Ähm, die Plätze sind begänzt. Warum solltet ihr da hingehen? Äh, auf der einen Seite, vielleicht hilft es euch inhaltlich. Andererseits, eine sogenannte qualifizierte Teilnahme am MINT-Kolleg ist, dass eine Mittel, mit dem ihr in der Lage seid, eure Orientierungsprüfung zu verlängern. Ja? Wenn ihr also Schwierigkeiten habt mit linearen Algeber oder höherer Mathematik, äh, und ihr habt am MINT-Kolleg teilgenommen, dann könnt ihr damit die Frist eurer Orientierungsprüfung um maximal zwei Semester verlängern. Ja? Das ist der eine Mechanismus, der existiert. Außerdem, eine qualifizierte Teilnahme am MINT-Kolleg wird vom BAföG-Amt Karlsruhe anerkannt, äh, um den Bewilligungszeitraum zu verlängern. Ja. Also, beim Studierendenwerk Karlsruhe ist das der Fall. Ich weiß nicht, wie das bei anderen, äh, äh, Studierendenwerken ist. Ich weiß, dass es dafür ein formales System gibt, was für alle gilt und dass man, äh, von der Informatikfakultät so einen Schrieb bekommt, wo das sagt, äh, dass das eigentlich dieser Rahmen ist. Ich weiß allerdings natürlich nicht, wie sich andere Studierendenwerke verhalten. Okay. So. Dann, ihr könnt natürlich jederzeit die Fachschaft um Hilfe kontaktieren. Äh, wir sind Studierende, wir sind, wir machen das Ganze, um euch irgendwie das Studium zu ermöglichen. Äh, wir haben Sprechstunden, die findet ihr auf der Webseite. Wir sind im Infobaukeller oder im Mathebau im Erdgeschoss. Normalerweise, gerade im Mathebau, äh, in der Mathefachschaft laufen auch viele Informatiker durch die Gegend und es ist ein ruhigerer, angenehmerer Raum. Kommt gerne einfach mit Problemen zu uns. Ähm, ansonsten, wenn es spezieller wird, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ihr kriegt meistens nicht unmittelbar eine Antwort, aber der Vorteil davon ist halt, ihr lauft in eine Sprechstunde und da sind halt zufällige Menschen. Und je nachdem, wie esoterisch euer Problem ist, kann es halt sein, dass man auch da im ersten Moment erstmal nur ein Äh bekommt. So. Und eine E-Mail, die landet halt im Postfach und dann guckt man halt, bis man jemanden findet, der halt sich mit diesem Problem auskennt, äh, und bearbeitet es eben dann. So. Zweite Möglichkeit, es gibt einen Discord-Server, der Kitmathe-Info-Discord-Server. Ja, den gibt es als O-Farben-Gruppe, aber er ist auch ein tatsächlicher Discord-Server. Ähm, der ist nicht von uns, das ist ein reines Community-Projekt, aber dort laufen viele Studis rum, die einem gerne helfen und es gibt dort dann so einen Kanal, der heißt dann so Andi Fachschaft und dann kann man da Dinge reinschreiben und dann kommt das zur Fachschaft und irgendwann schreibt ein Fachschaftler zurück. Ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus möchte. Äh, letzter Punkt ist, wir haben ein Telefon, wir haben auch eine Telefonnummer, äh, erwartet da nicht das ausführliche Beratungsgespräch, einfach weil halt sonst was in der Fachschaft gerade abgeht, äh, aber für ein Jahr seid ihr dann und dann da, ist es halt noch ganz gut. So. Dann, es gibt den Informatikstudiengangsservice. Das ist die zentrale Fachstudien- und Prüfungsberatung von der Fakultät selbst. So. Die machen zwei Sachen. Auf der einen Seite sind die so das administrative Office, also wenn ihr irgendwie so formale Anträge stellt, dann kommt das dahin. Auf der anderen Seite übernehmen die beratende Figuren, aber die machen das nicht in der Form von irgendeinem Studi, sondern als die Fakultät. Das heißt, die sind in der Lage, euch eine rechtssichere Auskunft zu geben. Wenn wir euch halt was sagen, so, ja, das kannst du noch nächstes Semester machen und ihr verlasst euch darauf und wir haben euch halt angelogen, das ist halt euer Problem. Informatikstudiengangsservice, der neigt dann vielleicht mal so eine Aussage zu machen wie, geht nicht oder will ich nichts zu sagen, aber wenn der halt sagt, das geht, ist das halt etwas, auf das ihr euch verlassen tönt. So. Und, es gibt manchmal so Sachen, die irgendwie, das meiste sollt ihr über das Campus-System machen, das funktioniert aber nicht immer, also es gibt Situationen, ihr wisst, es funktioniert, aber das Campus-System erlaubt es nicht, ja, Computer sagt nein und, ne, gerade so dieses wie, ich habe im ersten Semester Mathematikermathe oder irgendwas gemacht und möchte jetzt doch wieder rückwechseln. Das sind dann die Sachen, da geht man zum Informatikstudiengangsservice, um diese manuelle Umbuchung zu machen. Das sind also die Leute, die einfach manuell ins System eingreifen können. Haben eine Mailadresse, wichtig ist, nicht mit eurer privaten E-Mail hinschreiben, sondern mit eurer KIT-E-Mailadresse. Dann, es gibt die zentrale Studienmaterialiener, die ist KIT-Zentral, die ist also nicht Informatikfakultätspezifisch und die sind vor allem bekannt für das Angebot Aus- und Vorbei Prüfungsanspruch verloren. Und normalerweise solche Beratungen, keine Ahnung, was man in der Schule macht, da geht man vielleicht mal irgendwie so ins Jobcenter und so, ja, was gibt es denn so für Berufe für die Zukunft und denkt sich dann halt im Nachhinein, ja, cool, also das hätte ich mir auch sparen können. Das sind so Beratungsangebote, die haben tatsächlich inhaltlich mehr Qualität, ja, also wenn ihr merkt, okay, das Studium ist nichts für mich, dann können die einen halt beraten, okay, was gibt es denn, also man treibt den vor, was will ich denn, wo habe ich meine Probleme mit und die können natürlich halt sagen, ja, okay, sie können zur Fachhochschule in Karlsruhe zum Beispiel gehen, da können sie etwas Ähnliches studieren und aus unserer Erfahrung wissen wir, dass das durchgefallene Mathematik dort kein Problem ist, ja, und das sind halt einfach so Aussagen, wo die sehr geübt sind und sehr kompetent sind. Dann, psychologische Hilfe. Ähm, ihr werdet am KIT eine Belastung erfahren, die ihr bisher in eurem Leben so nicht hatte, ja, äh, für die meisten war das, also, es ist halt, man macht halt seine Schule und das funktioniert mehr oder weniger und, ähm, Universität kann halt das erste Mal sein, dass man mit so einer Situation konzentriert wird, also, oft so zwei von den Naturen, das erste ist so diese typische Sinnkrise, so will ich das überhaupt machen, eine andere Situation kann zum Beispiel sein mit, okay, ich schaffe meine Module nicht, aber, ich weiß von mir, ich packe all meine Arbeitszeit darauf, ja, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie zu wenig arbeite oder sonst was, sondern ich, ich bemühe mich wirklich, aber es funktioniert nicht, so, und das ist eine Situation, die für viele neu ist, ähm, und das Problem muss man in dem Moment dran arbeiten, weil, also normalerweise, wenn man sich das halt in sich reinfrisst, dann löst sich dieses Problem halt nicht, auf, und gerade das, was ich am Anfang meinte, oder eben meinte, mit so dieser Lehrersituation, es geht nicht zwingend jemand auf einen zu, und spricht einen an, ähm, das heißt, man muss einfach, also, Entschuldigung, nicht einfach, aber man muss dieses Problem halt dran arbeiten, und in dem Moment, wo man das erkannt hat, sollte man einfach keine Hemmungen haben, äh, dass man so ein Angebot annimmt, und das kann sein, dass man mit Freunden darüber redet, das kann aber sein, dass man zum Beispiel mit der Nightline, mit der Nightline Kontakt aufnimmt, das ist ein Seelsorgetelefon, das wird betrieben von Studierenden im Ehrenamt, ist anonym, ist kostenfrei, und ansonsten gibt es auch eine psychotherapeutische Beratungsstelle vom Studierendenwerk, ähm, na, das sind die mit dem Mensen und dem Wohnheim und dem BAföG-Amt, ähm, das wählt jährlich von anderthalbtausend Studierenden hier am KIT, äh, in Karlsruhe in Anspruch genommen, äh, und die haben halt eine professionelle Hilfe, die aber kostenfrei ist, die ist halt einfach finanziert durch eure Semesterbeiträge, diese Angebote sind da, und, wenn ihr an diese Probleme stößt, nehmt sie in Anspruch, ist, also, diese Probleme lösen sich normalerweise nicht von selbst auf, aus, und, ja, also, ihr müsst halt überlegen, wie arbeite ich daran, und wenn ihr das halt nicht anfängt, dann wird's halt auch nicht besser. Okay. Gibt es noch Fragen? Also, allgemein, alles, was irgendwie inhaltlich jetzt noch nicht, äh, kohärent war, wenn ihr spezifische Fragen zu euch habt, gerne danach. Hier vorne? Ab man für die Tutorien auch diesen Plan hat, äh, teils, teils ist alles bunt durcheinander, müsst ihr dann im E-Jaz euch zusammenlesen, was es dann halt Nachrichten gibt. Okay, weiter. Da, blauer Pulli. Macht es Sinn, sich im ersten Semester bereits in Mid-Kurse reinzugeben. Ja, so früh wie möglich, sobald du bemerkst, dass das eine Schwierigkeit für dich ist, wo du das Gefühl hast, dass das schwerer ist, wo du mehr Probleme hast als andere Studis. So, ja. Nochmal? Die Folien werden hochgeladen, ja. Okay. Hm? So? Hochphase kommen. Okay, ja? Nochmal bitte. Ob Übungsblätter Einfluss auf die Bachelor-Notamen haben? In der Regel nicht. Es gibt allerdings Übungsblätter, die einen Notenbonus auf die Klausur geben. Das hat dann natürlich Einfluss. Das ist allerdings meistens dergestalt, dass man sagt, okay, ihr müsst von der Klausur mindestens die 4.0 erreichen und dann kriegt ihr automatisch 0,3 Punkte besser. Ist allerdings nicht relevant für das erste Semester. Ja. Ja. Kann ich dir gerade nicht beantworten, ad hoc. Okay. So, dort. Nochmal bitte. Können die anderen einmal weniger tuscheln und könnt ihr noch, also nicht weiter aufstehen, weil sonst die Tische immer klappern. Ja? Mhm. Ja. 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 Du kannst, du findest in diesem Baum die Module und dort werden auf der einen Seite, auf einerseits die Leistungsnachweise wie die Klausur aufgezeigt, auf der anderen Seite Veranstaltungen. Und diese Veranstaltungen, das sind dann so die Termine, die kann man sich favorisieren und die tauchen dann im Stundenplan auf. Die Anmeldung der Prüfung ist separat vom Stundenplan. Das ist von Dozent zu Dozent unterschiedlich. Ja. Okay. Ja. Ob es eine Hausordnung für den Campusbereich gibt? Mit Sicherheit. Keine Ahnung. Ja. Die Frage ist, wer hilft mir, damit ich mich für meine Modulwahl entscheiden kann, also wenn ich Wahlbereich habe. Das müsst ihr halt selber machen. Im Modulhandbuch stehen halt Beschreibungen und dann guckt man halt, was für einen sich stimmig ist und ansonsten fragt man halt ältere Studierende. So. Ihr könnt gerne gleich im Anschluss nochmal für Fragen runterkommen. Ich würde es jetzt allerdings einmal beenden, damit ihr wieder zu euren Gruppen könnt. Die Crash-Zusammenfassung. Was ihr jetzt tun müsst. Ja. Das Erste ist, ihr braucht eine KIT-Karte, die holt ihr euch bitte mit eurer U-Phase-Gruppe ab, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ihr erstellt euch einen Stundenplan. Ja, ihr müsst halt irgendwie schauen, wo ihr nächste Woche hingehen müsst, damit ihr bei LR, HM, GBI und Programmieren auftaucht. Die ersten Vorlesungstermine, auch wenn keine Pflichtanwesenheit ist, kann es halt passieren, dass ihr euch halt irgendwas Administratives sagt. Und er sagt es halt dort. Und wenn ihr das nicht gehört habt, ist das euer Problem. Vor allem die Anmeldung zu den Tutorien. Dann, es gibt einen sogenannten ATTES-Account. Fragt eure U-Phase-Gruppen. Dort könnt ihr kostenlos im Infobau drucken. Das ist vielleicht relevant, wenn ihr noch auf Papier Übungsblätter abgeben müsst und keinen eigenen Druck gehabt. Es gibt einen Bibliotheks-Account, den ihr erstellen könnt. Damit könnt ihr Lernplätze reservieren. Es gibt vom SCC, unserem rechten Zentrum, danach kann man googeln, ein Erstsemester-Guide, wo so alles von wie richte ich meine studentische E-Mail-Adresse zu wie komme ich ins WLAN rein zu wie richte ich mir ein VPN ein, dass ich auch an meine Übungsblätter oder sonst was rankomme, wenn ich gerade wieder in der Heimat bin, habe. So. Und das war's. Habt Spaß. Vielen Dank.